WM 2002 Premiere in Asien Der 31. Mai 1996 war gleich in zweifacher Hinsicht ein historischer Tag für den Weltfußball. Erstmals wurde das Weltdornier nach Asien vergeben, und erstmals wurden mit Japan und Südkorea gleich zwei Länder mit dessen Austragung betraut. Eine salomonische Entscheidung, die alles andere als risikofrei war, denn eine historisch begründete Freundschaft existiert zwischen beiden Ländern nicht. Im Gegenteil, zwischen 1910 und 1945 hatte Korea unter japanischer Herrschaft gestanden. Bevor die FIFA für beide Länder votierte, hatten sich Japan und Korea über viele Jahre einen erbitterten und kostspieligen Bewerbungskampf geliefert. Japan und Südkorea erhielten den Zuschlag, nachdem sich FIFA-Boss Joao Heflanger überraschend für die asiatischen Bewerbe ausgesprochen hatte. Kritiker des FIFA-Bosses führten dessen Gesinnungswandel darauf zurück, dass seinem Schwiegersund Dexaira, Chef des brasilienischen Verbandes, die Generalvertretung des südkoreanischen Autoherstellers Hinda in Rio de Janeiro übertragen worden war. Südkoreas Fußball-Boss ist seit 1993 Kung-Mong-Yon und war ein Sohn der Besitzerfamilie des Konzerns. Später steckt Kung-Mong-Yon auch noch zum FIFA-Vizepräsidenten auf. Noch im gleichen Jahr wurden einige strittige Punkte geklärt. O.A. Die paritätische Verteilung der Begegnungen, das Eröffnungsspiel sollte in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, das Finale im japanischen Yokohama stattfinden, und der offizielle Titel des Turniers. Genau 500 Tage vor dem Eröffnungsspiel in Seoul kam es dennoch zu einem heftigen Konflikt zwischen den Gastgeberländern. Die Südkoreaner warfen den japanischen Kollegen Vertragsbruch vor, da deren Organisationskomitee Javok versucht habe, die Bedeutung des Mitveranstalters durch eine Bezeichnungsänderung des WM-Turniers herabzusetzen. Dabei ging es um die Reihenfolge der Namensnennung auf den Eintrittskarten. Laut einer Übereinkunft aus dem Jahre 1996 sollte das Turnier offiziell 2002 FIFA World Cup Korea-Japan heißen. Doch zur Empörung des südkoreanischen Organisationskomitees Kovok hatten die Japaner versucht, bei Spielen in Japan den eigenen Namen nach vorne zu schieben und die Tickets entsprechend zu bedrucken. Kovok drohte mit einer Neudiskussion des Endspielorts. Asiatische Fußball-Historie Fußball in Asien ist überwiegend ein Nachkriegsphänomen, wenngleich das erste offizielle internationale Spiel auf asiatischem Boden bereits 1913 stattfand. Im Rahmen der Fernostspiele standen sich damals in Manila die Philippinen und China gegenüber. Die Insulaner gewannen mit zwei Doppelpunkt 1. Eingeführt wurde der Fußball von englischen wie französischen Kolonialisten. In Indien waren vor allem Missionare und Militärs am Werke. Wo immer in Afrika und Asien die britische Fahne eingepflanzt wurde, folgte die Bibel mit einem Ball zur Unterstützung. Die ersten Spiele wurden von britischen Offizieren und zivilangestellten Betrieben. Nachdem auch einheimische Hinze gestoßen waren, wurden die ersten Clubs und Ligen ins Leben gerufen. 1888 entstand die Indian Football Association, IFA. 1898 wurde im indischen Kalkutta erstmals eine Liga gegründet. In China wurde der Fußball von den Briten über die Hafenstädte importiert. Die ersten Clubs entstanden hier um die Jahrhundertwende. Der bekannteste von ihnen war der South China Athletic Club. Chile-Spiele endeten in Ausschreitungen und Angriffen auf die Schiedsrichter, zuweilen angestachelt von der Stimmung gegen die europäischen Fremden im Land. In Japan sollen es 1873 britische Marineangehörige gewesen sein, die das Spiel einführten. In Korea wurden diesbezüglich europäische Techniker und Missionare tätig, und das erste Spiel auf koreanischem Boden wurde von der Besatzung eines britischen Kriegsschiffes bestritten, das im Hafen von Jemupo, heute in Keon, angelegt hatte. Der Fußball sah sich in weiten Teilen Asiens der Konkurrenz anderer Sportarten ausgesetzt. Auf dem englisch beeinflussten indischen Subkontinent hatten sich bereits Cricket und Hockey als populäre Sportarten etabliert. Im amerikanisch beeinflussten fernen Osten, namentlich in Japan, Taiwan, Korea und auf den Philippinen, mobilisierte bereits Baseball große Massen. Am 8. Mai 1954 gründeten die 13 Länder Afghanistan, Berme, Hongkorn, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Singapur, Taiwan und Südvietnam in Manila die Asian Football Confederation, AFG, die am 21. Juni des gleichen Jahres der FIFA beitrat. Anders als bei der ÖFA ging es nicht nur um die Bildung eines Dachverbands nationaler Verbände, der der Region mehr Gewicht gegenüber den anderen Regionen im Weltfußball verleihen sollte. Mit der Förderung des Fußballs an Asien postulierte die AFG auch einen entwicklungspolitischen Auftrag. Im Jahr 2000 zählte die AFG 45 Mitglieder, und ihr Verwaltungsbereich erstreckte sich vom Libanon im Westen bis zum winzigen US-Protektorat kam im Pazifischen Ozean im Osten und von Korea im Norden bis Indonesien im Süden. Die Mitgliedstaaten vereinigten über die Hälfte der Weltbevölkerung. 1956 wurde in Hongkorn erstmals der Asian Cup ausgespielt. Ein Äquivalent zur Europameisterschaft und dem Kopa-Amerike. Afghanistan und Pakistan blieben der Veranstaltung fern. Aus Protest gegen die Teilnahme Israels. Weitere Austragungsländer waren seither Südkorea, Israel, Iran, Thailand, Kowait, Singapur, Katar, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Libanon. Die erste Fußballmacht Asiens hier Südkorea, Asian Cup-Siege 1956 und 1960. 1972, 1980 und 1988 wurde das Land jeweils zweiter Punkt der südkoreanischen Vorherrschaft folgte die des Irans, der als bis heute einziges Land den Asian Cup dreimal in Folge gewann, 1968, 1972 und 1976. In diesem Zeitraum verlor der Iran nicht ein einziges Spiel in diesem Wettbewerb. 1978 konnte sich der Iran auch für das WM-Turnier qualifizieren. Durch die dem Sturz des Shah-Regimes folgenden Revolutionswirren wurde die iranische Fußballhelligkeit vorübergehend unterbrochen. Mit Berme, Siege bei den Asienspielen 1966 und 1970 sowie zweiter beim Asian Cup 1968, 1968 war den Iranern und Südkoreanen Ende der 60er Jahre ein ernsthafter Konkurrent entstanden, doch ein Militärputsch, in dessen Folge sich das Land von der Außenwelt abschuttete, beendete den fußballerischen Aufstieg des Landes. Stattdessen avancierten die Öldo-Leichen-Golfstaaten zu neuen Hochbrücken, die über genügend finanzielle Ressourcen und Infrastruktur verfügten und sich überdies ausländische Trainer leisten konnten. 1980 hieß der Asian Cup Sieger Kuwait, 1984, 1988 und 1996 Saudi-Arabien, neben dem Iran somit das einzige Land, das den Pokal dreimal holen konnte. Die WM-Geschichte der asiatischen Länder begann spät und verlief bis zur Jahrtausendwende wenig erfolgreich. 1938 meldete sich mit Dutch East Indies, später Indonesien, erstmals ein asiatisches Land für den World Cup an, bestritt dann aber kein Spiel.1950 war Indien qualifiziert, verzichtete aber auf eine Teilnahme, weil die FIFA das Tragen von Schuhwerk vorschrieb. Die Inder wollten nur in Bandagen antreten. 1954 nahm damit Südkorea erstmals ein asiatisches Land an der WM-Endrunde teil. Die nächste asiatische Teilnahme fand erst zwölf Jahre später statt, als Nordkorea den bis zur WM 2002 größten Erfolg Asiens im World Cup feiern durfte. Das Team scheiterte 1966 in England erst im Viertelfinale. 1970 und 1974 waren die Vertreter Asiens mit Israel und Australien zwar nicht asiatische Länder, 1978 war der Iran dabei, 1982 Kowait, 1986 Südkorea und Irak, 1990 Vereinigte Arabische Emirate und Südkorea, 1994 Südkorea und Saudi-Arabien. Beim WM-Turnier 1998 waren mit Iran, Südkorea, Saudi-Arabien und Japan erstmals vier Länder vertreten. Mit fünf Teilnahmen, 1954, 1986, 1990, 1994 und 1998, war Südkorea einsamer Spitzenreiter Asiens, allerdings ohne auch nur ein einziges Endrundenspiel gewinnen zu können. Zehn Niederlagen und vier Remy lautete die traurige Bilanz. Die WM 2002 bedeutet für Südkorea die fünfte WM-Endrundenteilnahme in Folge und die sechste insgesamt. Mittlerweile hatten mehr und mehr Länder Asiens den Profifußball sowie Profiligen eingeführt. Pionier war hier Südkorea, das 1983 mit der Super League startete. 1980 war mit dem Hallelujah Soccer Team erstmals eine koreanische Mannschaft zum Profifußball übergegangen. Das Team bestand aus evangelischen Christen, die über den Sport das Wort Gottes verbreiten wollten. Auch der Fußball blieb von den starken amerikanischen Einflüssen in Korea nicht frei. Die Teams, die 1983 die Profiliga gründeten, hießen und andere Bulls, Dolphins, Tigers, Elephants und Royals. Obwohl Südkorea die führende Fußballmacht Asiens war, fiel der Zuschauer zu Spruch für Fußball in den späten 70er Jahren hinter dem für Baseball zurück, wohl vor allem eine Folge des bereits erwähnten Amerikanismus im Land. In Europa erregte insbesondere die 1993 gestartete japanische J-League Aufmerksamkeit, zumal sich dort eine Reihe von europäischen und südamerikanischen Altstars Buchwald, Litbashi, Lineker, Zico, verdienten Punkt als Vorbild diente gewissermaßen Baseball. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg waren Schutturniere amerikanischer Baseballteams auf ungewöhnliches Interesse gestoßen. Importierte U-Stars wie Bob Horner, Frank Hout und Dick Stewart fördeten den steilen Aufstieg des US-Spiels zum japanischen Volkssportpunkt. Die neue Liga ordnete die Werkteams, die die feinsten Adressen der japanischen Wirtschaft repräsentierten, nun nach europäischem Muster den Städten zu. So wurden zum Beispiel aus den Mitsubishi Motors die Uravered Diamonds. Die Liga erfreute sich zunächst eines Booms, in den ersten drei Spielzeiten betrug der Zuschauerschnitt 18.000 bis 19.000 Zuschauer. Die Ausweitung der Liga und wirtschaftliche Probleme im Land führten dann zu einer Verringerung des Zuschauerzuspruchs. Auf 13.000 der japanische Profifußball sah sich durch eine finanzielle Krise in seiner Existenz bedroht und reagierte mit einem Kurswechselpunkt hochbezahlte ausländische Stars wichen nun mehr und mehr einheimischen Talenten. In den ostasiatischen Industrieländern und den orientalischen Ölstaaten verfügt der Fußball über bessere wirtschaftliche Voraussetzungen als in Afrika. Hinzu kommt die große Zahl der Kicker. 1.990 hatte Asien bei der FIFA 54 Mio.Fußballer gemeldet, was ungefähr der Hälfte aller registrierten Fußballspieler weltweit entsprach. Gemessen an der Zahl seiner Fußballer fielen die internationalen Erfolge Asiens allerdings noch immer bescheiden aus. Die Bilanz aus 33 WM Endrundenspielen zwischen 1954 und 1998, vier Siege, sieben unentschieden, 22 Niederlagen und 28 Doppelpunkt 87 Tore. Die vier Siege entfielen mit Nordkorea, 1966, Saudi-Arabien, zweimal 1994, und Iran, 1998. Auf drei Teams. Die FIFA berücksichtigte dies, als sie zur WM 1994 nicht Asien, sondern Afrika, das erheblich weniger Kicker zählte, aber auf ein sportlich besseres Niveau verweisen konnte, einen weiteren Teilnehmer zugestand. Die Schwäche der Asiaten gab vielen Beobachtern ein Rätsel auf. Als ein möglicher Grund wurde das relativ geringe Interesse am Spiel in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern Asiens, China und Indien, genannt. In China, wo der Fußball lange Zeit auch bedingt durch die Selbstisolation des Landes stagnierte und das aus politischen Gründen erst 1974 der Affe und 1979 der FIFA beitrat, änderte sich dies allerdings. 1990 waren in China K.21 Mio.Kicker registriert. Die Regierung investierte erhebliche Summen in den Fußballpunkt. Um die Jahrtausendwende verfolgten in China mehr Menschen das Spiel als in jedem anderen Land. Auf dem Erdballpunkt Experten glaubten, dass das Reich der Mitte zur stärksten Fußballmacht Asiens, wenn nicht gar der Welt aufsteigen könnte. Andere Hindernisse waren finanzielle Probleme, religiöse Sitten, politische Konflikte, Korruption und administrative Inkompetenz. Allerdings existieren viele dieser Probleme auch in anderen Regionen der Welt, so dass sie als Erklärung für die Schwäche des asiatischen Fußballs nicht recht taugen. Während sich in den europäischen Profiligen mittlerweile zahlreiche Afrikaner tummelten, waren Asiaten hier immer noch eher exorten. Teilweise war dies mit dem hohen Lebensstandard in einigen asiatischen Ländern zu erklären. Der Reiz, nach Europa auszuwandern und eine Profikarriere einzuschlagen, war hier deutlich geringer ausgeprägt als in Afrika. Aber auch aus den Armundländern Asiens war kaum Zuzug zu registrieren. Bernd Trautmann, der als Trainer in Afrika und Asien arbeitete, machte die Erfahrung, dass die jungen Kicker Afrikas es kaum abwarten könnten, nach Europa auszuwandern und begierig seien, mehr über das Leben auf dem Kontinent zu erfahren. Anpunkt ihrer asiatischen Altersgenossen seien nicht weniger fußballbegeistert, an Europa aber kaum interessiert. Nach der WM 1998 wurden südkoreanische Hoffnungsträger vom Nationalen Fußballverbands zum Wechsel in die europäischen Ligen ermuntert, um sie für den Auftritt Bandturnier im eigenen Land fit zu machen. Der berühmteste Koreaner im europäischen Fußball war Bum Kunkka, der zwischen 1979 und 1989 308 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen bestritt und dabei 98 Tore Schoßpunkt 1986 nahm der 28-maligen Nationalspieler mit Südkorea an der WM-Endrunde teil. In Italien gewann der ES Rom in der Saison 2001 mit dem japanischen Nationalspieler Hidetoshi Nakata. Die Landesmeisterschaft.Nakatas Aufstieg zum nationalen Fußballhelden Japans begann 1997, als er im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen den Iran für den Allstar Katsuyo Semera eingewechselt wurde und das siegte Schoß, das die Fahrkarte nach Frankreich bedeutete. Nach der WM 1998 wechselte Nakata, bis dahin bei Bermeherazuka unter Vertrag, zum italienischen Serie A-Club AC Perugia. Der Spielmacher der japanischen Nationalelf, den der Kuriere Delo Sport bei den zehn besten Mittelfeldspielern der Liga einordnete, löste eine Nakata-Mania aus und avancierte zur Kultfigur der japanischen Jugend. Noch während der Saison 1999-2000 wurden Nakata für 40 Millionen Mark vom ES Rom verpflichtet. 1999 gewann die vom Franzosen Philippe Trossier trainierte Nationalelf Japans nicht ein einziges Spiel. Trossiers Stuhl begann heftig zu wackeln und stand erst wieder fest, als im Oktober 2000 die Nationalelf durch einen 1-Doppelpunkt-Null-Sieg übersau die Arabin im Beirut der Stadion City Sportive zum zweiten Male den Asian Cup gewann. Ein notorischer Schwachpunkt des japanischen Fußballs blieb die physische Schwäche seiner Akteure, die von diesbezüglich überlegenen Teams schonungslos offengelegt wurde.Trossier, in Amuto von Arsenal Landen und Ono von Fionaut Rotterdam sitzen bei ihren Vereinen regelmäßig auf der Bank, nicht aufgrund mangelhafter technischer Qualitäten, sondern weil sie körperlich nicht stark genug sind. Südkorea, trainiert vom Niederländer Gus Hiddink, wurde beim Asian Cup 2003. Beim Konfederations-Cup im Sommer 2001, der sogenannten Minimum-Testlauf für das Turnier 2002 Kommerschied Südkorea nach der Vorrunde aus Punkt in der Konkurrenz der E-Teilmeister gelangte Japan dagegen ins Finale, wo es vor 65.335 Zuschauern in Yokohama-Weltmeister Frankreich mit 0.1 Unterlag. Im Schnitt sahen 35.000 Zuschauer die Spiele in Korea und Japan, von denen kein einziges Ausverkauft war Semikolon bemerkenswert waren die erheblichen Verkehrsprobleme. Qualifikation so viele Teilnehmer wie nie zuvor. Mit 198 gemeldeten Nationalmannschaften verzeichnete der World Cup einen neuen Rekordpunkt. Von den 203 FIFA-Mitgliedern hatten lediglich Nordkorea, Papua-Neuguini, Burundi, Niger und Afghanistan nicht gemeldet. Afghanistan hatte sich 1984 mit einem torlosen Remis gegen Hongkong aus dem internationalen Fußball verabschiedet. In dem von Kriegen geplagten Land erfuhr der Fußball einen weiteren Rückschlag, als das islamisch-fundamentalistische Taliban-Regime von 1996 an die Macht kam. Die kompletten Nationalmannschaft wanderte ins westfälische Paderborn aus. Daheim hatten die Fußballer fortan lange Hosen zu tragen. Auf den Rängen wurden Fahngesänge verboten, auf dem Feld die Spiele von massengebeten unterbrochen. In der Halbzeit pflegte das Regime das Publikum mit öffentlichen Hinrichtungen und Amputationen zu unterhalten. Nach dem Sturz des Taliban-Regimes wurde am 25. Dezember 2001 im Kabuler Stadion erstmals wieder Fußball gespielt, wobei sich zwei Mannschaften gegenüberstanden, von denen die eine die Kluft-Manchester Uniteds und die andere die von Real Madrid trug. Weltmeister Frankreich, das zwei Jahre nach der WM auch noch Europameister geworden war, was zuvor keinem anderen europäischen Weltmeister gelungen war, sowie die Gastgeber Japan und Südkorea waren für das Turnier direkt qualifiziert. Die verbleibenden 195 Länder mussten 778 Spiele bestreiten, um die noch freien 29 Endrundenplätze zu besetzen. Mit 92 Ländern stellten Afrika und Asien zwar 46,5 Prozent aller Bewerber, aber nur 28 Prozent aller Endrundenteilnehmer. Es dominierte weiterhin Europa, das in Japan-Korea 47 Prozent der Teams stellte. Die beiden noch freien asiatischen Endrundenplätze eroberten sich Saudi-Arabien, das mit Dalai als Meshal, der elfmal ins gegnerische Tor traf, den erfolgreichsten Torschützen der gesamten Qualifikation stellte, sowie China.Das Reich der Mitte konnte sich damit im siebten Anlauf sechsmal war man erst im letzten Spiel gescheitert, erstmals qualifizieren. Das ist der Tag, auf den unsere Fußballspieler seit Jahrzehnten gewartet haben, jubelten die Kommentatoren. Die chinesische Fußballliga hatte seit dem 15. Juli pausiert, damit die Spieler sich im Sommer 2001 auf die Qualifikation konzentrieren konnten.Das entscheidende Spiel gegen den Oman, 1.0, wurde vor dem Fernseher von 500 Millionen Menschen verfolgt.Die 50.000 Karten für das Spiel im Stadion waren restlos vergriffen, und der Schwarzmarkt über astronomische Preise.Trainiert wurden die Chinesen vom WM-Stammgast Burra Milutinovic, der damit seinen Rekord weiter verbesserte.Nach Mexiko, 1986, Costa Rica, 1990, USA, 1994, und Nigeria, 1998, war China das fünfte Land, mit dem der Weltenbummler ein WM-Turnier besuchte.Besonders exotisch gestaltete sich die Qualifikation in Ozeanien sowie Nord- und Mittelamerika, an der U.A. die Nationalmannschaften Fidschis, Tongas, Am.Simois, Van Nuttus, der Cook Islands, St. Vincennes, der US- und der Brit-Jungferninseln, St. Kitts-Nivis und Montserratz Teilnahmen.In der Ozeaniengruppe 1 unterlag 202 Gruppensieger Australien mit 0,22 Komma durfte aber trotzdem noch sechs Punkte und einen dritten Platz verbuchen, da es anderen noch schlechter erging Punkt zur Unterlag an.Simois den Australiern mit 0,31 Uhr, was einen neuen Rekord in der WM-Geschichte bedeutete.Australien gewann auch die Entscheidungsspiele gegen den Sieger der zweiten Ozeaniengruppe Neuseeland, 2,0 und 4,1, und qualifizierte sich somit für ein Entscheidungsspiel gegen den fünften der Südamerika-Gruppe.In Nord- und Mittelamerika setzte sich als erstes Land Costa Rica durch.Die weiteren Asientickets lösten Mexiko und die USA, die Punktgleich die Plätze 2 und 3 belegten.Costa Rica gelang das Kunststück, den Mexikanern in deren 52-Punkt-Qualifikationsspiel im Aztekenstadion die erste Niederlage beizufügen. Für Mexiko bedeutete die Qualifikation bereits die zwölfte Endrundenteilnahme. Derweil wurde der Fußball Südamerikas einmal mehr von Chaos heimgesucht. Im Sommer 2001 sollte die Kopa-Amerika erstmals in Kolumbien stattfinden.Drei Wochen vor dem Anpfiff wurde der Vizepräsident des Kolumbianischen Fußballverbandes, Hernán Meir Campuzano, von Guerillas entführt.Daraufhin entzog Kunmebol dem Amtenstaat die Austragung der Kopa-Amerika. Staatspräsident Pastrana bezeichnete diese Entscheidung als das schlimmste Verbrechen, das sie uns antun können. Campuzano wurde nur wenige Tage später wieder freigelassen.Offenbar waren seine Entführer über die Folgen ihrer Tat irritiert. Auf einer Sondersitzung in Buenos Aires revidierte Kunmebol daraufhin seine Entscheidung. Einige europäische Topklubs verweigerten ihren südamerikanischen Stars mit Verweis auf die unsichere Lage dennoch die Freigabe. Dabei konnte man sich nichts des Eindrucks erwehren, dass ihnen das Engagement der Legionäre für die Nationalmannschaften ihrer Herkunftsländer ohnehin ein Dorn im Auge gewahr. In den WM-Qualifikationsrunden glänzte vor allem die argentinische Mannschaft, die sich in einer aus sämtlichen Kunmebol-Teams bestehenden Mammutgruppe als erste qualifizierte.Die Elf mit der Achse German Burgos, Tor, Roberto Alar, Leo, Juan Sebastián von, Mittelfeld, und Capri Batistuta, Sturm, kassierte in den 18 Qualifikationsspielen nur einen Niederlagepunkt.Trainiert wurden die Argentinier von Marcelo Bilsa, der aus einer prominenten, politisch links stehenden Familie in Rosario stammte. Unter Bilsa überwand Argentinien die destruktive Biladoa, die bei der WM 1990 ihren Höhepunkt erreicht hatte und mit dazu beitrug, dass die FIFA anschließend ihr Regelwerk reformierte. Die argentinische Auswahl benutzte ihre Spiele für politische Manifestationen.Ihre sie gewidmete sie denn unter der ökonomischen Krise leidenden Unterklassen des Landes.Wiederholt wurde das Spielfeld mit die Transparenten betreten, auf denen Solidarität mit einem Streik der Lehrer oder den zahlreichen Arbeitslosen bekundet wurde.Als die Argentinier am 14.November 2001 auf Uruguay trafen, lief letztmalig ein Spieler mit der Rückennummer 10 im Nationaltrikot auf.Verbandspräsident Duccio Grondono, Maradona hat uns in diesem Trikose viel Freude bereitet, dass wir uns in der Verbandsspitze dafür entschieden hatten. Zwar weitere Plätze, die zur direkten Endrundenteilnahme berechtigten, belegten Perigüay und Ecuador.Perigüay Skipper und Kapitän Jose Luis Gelawert war mit je zwei verwandelten Elfmetern und Freistößen der zweiterfolgreichste Torschütze seines Teams.Ecuador qualifizierte sich erstmalig für die Endrunde. Einige Beobachter sahen Ecuador bevorteilt, weil das Team seine Heimspiele im 2800 Meter hohen Quinto ausdrug. Der vierfache Weltmeister Brasilien musste bis zum letzten Spieltag Zittern.Vor dem drittletzten Spiel gegen den Tabellenletzten Kiele hatte Staatspräsident Fernando Cardoso erklärt, ein Fehlen bei der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft 2002 wäre für uns schlimmer als jede Weltkrise. Viele Fans zündeten in der Nacht vor dem Spiel Kerzen für ihre Fußballgötter an. Das Spiel endete mit einem 2.0 Arbeitssieg für die Brasilianer. Nationaltrainer Luis Felipe Scolari war bereits der vierte Coach der Seleca outside the WM 1998 und ein Exponent des neuen brasilianischen Stils. Anstelle von Ballartisten vom Schlagepiers, Garenchas, Rivelinos, Zikus oder Socrates wurde das Team zunehmend von Doertypen geprägt. Scolari gehörte zu jener neuen Trainer-Generation, die die Zerstörung des gegnerischen Spiels vor die Entwicklung des eigenen Stelldepunkt beanimierte seine Spieler öffentlich zum brutelle Fußball, wir müssen einfach mehr Fouls als die Gegner machen, dann werden wir besser. Erst im letzten Spiel vor 75.000 Zuschauern in St. Louis gegen Venezuela, aus dem Brasilien drei Punkte benötigte, legte die Seleca ihre unansehnliche Defensiv-Taktik ab und wurde dafür mit einem 3.0 Sieg belohnt, der den dritten Platz vor Ecuador und damit ebenfalls die direkte Qualifikation bedeutete. Als fünftes südamerikanisches Land qualifizierte sich Uruguay, das allerdings noch zwei Relegationsspieler gegen den Ozeanien-Sieger Australien bestreiten musste. Das Hinspiel verloren die US mit 1.0, doch im Rückspiel siegte der zweifache Weltmeister vor über 60.000 Zuschauern im ehrwürdigen Centenario-Stadion zu Montevideo mit 3.0. In den Straßen Montevideo sangen die Fans, Zeus lästig bin Himmelblau. Als erste Teams überhaupt konnten Afrikas Fußball-Großmächte Kameran und Südafrika die Qualifikation feiern. In beiden Ländern strömten die Massen auf die Straßen und machten die Nacht zum Tage. Für Kameran, Sieger des olympischen Fußballturniers in Sydney 2000, war es die nach 1982,1990,1994 und 1998 fünfte Teilnahme, womit das Land Afrikas WM-Rekordstarter war. Die Löwen wurden inzwischen vom deutschen Coach Winfried Schäfer trainiert, den man ausdrücklich mit dem Auftrag geholt hatte, den afrikanischen Spielern deutsche Disziplin und Erfolgsorientierung einzutrichtern. In Südafrikas Gruppe wurde Genü ausgeschlossen, nachdem die Regierung im Handstreich die Führung des Fußballverbands abgesetzt hatte. Für die südafrikanische Bafana, Bafana, trainiert vom Portugiesen Carlos Queiroz, war es die zweite Qualifikation in Folge. Beim ersten Qualifikationsspiel gegen Zimbabwe in Herare löste ein Tor des für den Bundesligisten VfL Bochum kickenden Linksaußen der Ron Buckley eine Massenpanik im Stadion aus, bei der 43 Zuschauer ums Leben kamen. Nigeria qualifizierte sich nur knapp vor Liberia. Tunesien, trainiert vom deutschen Weltenbumler Eckhard Krautzen, wurde souverän Gruppensieger vor der Elfenbeinküste. Stützen des Teams waren Torwart Routinier Kokri Elchwer sowie Zupair Bar von Besiktas Istanbul und Adel Selimi vom SC Freiburg. Als fünftes afrikanisches Nationalteam konnte sich erstmalig Senegal für die Endrunde qualifizieren, dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Marokko. Fast alle Spieler des vom Franzosen Bruno Metze trainierten jungen senegalesischen Nationalteams, die Mehrheit der Spieler war jünger als 25 Jahre, verdingten sich im französischen Profifußball. In Europa wurde die Qualifikation in neun Gruppen gespielt, deren Erstplatzierte das WM-Ticket direkt lösten, während die Zweitplatzierten in die Relegation mussten. Die größte Sensation war das Ausscheiden der vom Ex-Ajax- und Barcelona-Trainer Luis Van Aal trainierten Niederländer in der Qualifikationsgruppe 2, die hier Portugal und Wirland den Vortritt lassen mussten. Kapitän Frank de Boer nach der 0.1-Niederlage der Oranjes in Dublin, ich kann es nicht fassen, dass wir gegen eine Mannschaft wie Irland rausfliegen. Wir haben ein Team, das Weltmeister werden kann. Irland dagegen besiegte in den Playoffs auch noch den Iran, 2.0, 0.1, und durfte nach 1990 und 1994 seine dritte WM-Teilnahme feiern. In Gruppe 1 setzte sich souverän Russland durch, ebenso Schweden in Gruppe 4, Polen in Gruppe 5 und Spanien in Gruppe 7. Die Polen warteten dabei mit einem Nervum auf mit dem gebürtigen Nigeriener Emanuel Olisadibe, mit 8 Treffern erfolgreichster Torschütze seines Teams in der Qualifikation, trug erstmals ein Schwarzer den polnischen Dress. Kratien erreichte in Gruppe 6 mit seinem Legionärsteam nur knapp gegen Belgien und Schottland die direkte Qualifikation. Italien, das mit die Notsoft 2000 Wisse Europameister geworden war, nun aber von der Treuer-Legende Giovanni Trapattoni betreut wurde, qualifizierte sich in der Gruppe 8 vor Rumänien. In der Gruppe 3 machte überraschend Dänemark vor Tschechien das Rennen. In der Gruppe 9 hießen die Favoriten Deutschland und England. In Deutschland hatte nach der Emeritier 2000 Komma bei der man als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde kläglich gescheitert war, dass Duro De Völler und Michael Schibbe das Kommando über die Nationalmannschaft übernommen und dieser neues Leben ein Gehaucht. Die Versäumnisse vergangener Jahre setzten dem Wirken des populären Ex-Weltmeisters und des Trainer-Talents allerdings Grenzen. Beim Hinspiel im Wembley-Stadion behielten die Deutschen durch ein Tor des England-Legionärs Dietmar Hermann mit 1.0. Die Oberhand. Die Begegnung gegen den Erzfeind war zugleich der letzte Auftritt der englischen Nationalelf in der ehrwürdigen, aber gealterten Arena. Beim Wembley, nach Marokkaner wohl das berühmteste und mythenträchtigste Fußballstadion weltweit, wurde anschließend der Abrissbirne ausgeliefert. Die Niederlage bedeutete, dass aus für den glücklosen England-Coach Kevin Kagan, er das durchaus respektable Kicker-Potenzial nicht abprüfen konnte. England befand sich in höchster Not und er suchte um Hilfe im Ausland. Die Wahl fiel auf den Schweden-Swingern Erichsson, was eine heftige Debatte auslöste, obwohl dessen Vorstellungen vom Fußball durchaus englisch geprägt waren, weshalb die von ihm bevorzugte Spielweise auch schon mal Sven Liss getauft wurde. Während der liberale Guardian vom kleinkarrierten Engländer schrieb, unfähig, das große Bild zu sehen, trauerte die Daily Mail, wir haben unser Geburtsrecht an eine Nation von sieben Millionen Skifahrern verkauft, die ihr halbes Leben in der Dunkelheit verbringen. Die Kritiker sollten bald verstummen. Im Rückspiel hätte den Deutschen bereits ein Remy gegen die Engländer zur direkten Qualifikation genügt. Die Begegnung fand im Münchner Olympiastadion statt, das bei dieser Gelegenheit wohl ebenfalls sein letztes Länderspiel erlebte. Statt des erwarteten Festes sahen die 63.000 Zuschauer einen rabenschwarzen Tag für den deutschen Fußball. Dem Erichsson-Team mit Kapitän David Beckham sowie dem Liverpooler Sturm-Duo Michael Ohn und Heske gelang der höchste Sieg über die Kraut seit dem Zweiten Weltkrieg. 5.1 hieß es am Ende für die Gäste, zugleich die höchste Heimniederlage der DFB 11 seit 1939, als man den Ungarn mit dem gleichen Ergebnis unterlag, außerdem im 61.WM-Qualifikationsspiel erst die zweite Niederlage. Die erste Niederlage hatte man 1985 gegen Portugal kassiert, England wurde Gruppensiege und qualifizierte sich direkt, während das DFB-Team, seit 1954 im Stammgast, nachsitzen musste. In der Relegation gelang gegen die Ukraine beim Rückspiel, nach 1.1 in Kiew, in Dortmund ein überzeugender 4.1-Sieg, der die geschundene deutsche Fußballseele halbwegs versöhnte. In der Relegation konnte sich auch die Türkei nach zwei aufeinanderfolgenden Emeritierteilnahmen und dem Sieg von Galatasaray Istanbul im UEFA Cup 2000 wieder für die WM-Endrunde qualifizieren, wo sie das letzte Mal 1954 vertreten war. Die Playoffs gegen Österreich wurden 1.0 und 5.0 gewonnen. Slownien schaltete in der Relegation überraschend die Rumänen, 1.1,2 Doppelpunkt 1, aus und übernahm damit hinter Nordirland den zweiten Platz in der Rangliste der kleinsten Eindrundenteilnehmer. Auch Belgien nahm die Hürde der Playoffs, indem es die Tschechen bezwang, 1.0,1 Doppelpunkt 0. Bei der Auslosung der Eindrundengruppen wurden Brasilien, Argentinien, Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Japan und Korea als Gruppenköpf nominiert. Während Titelverteidiger und Gastgeber gesetzt wurden, lag der Ermittlung der anderen fünf Köpfe ein Berechnungsverfahren zugrunde, in dem das Abschneiden bei den letzten drei Endrundenturnieren sowie die FIFA-Ranglisten 2001, 2000 und 1999 berücksichtigt wurden. Brasilien kam dabei auf 62 Punkte, gefolgt von Argentinien und Italien mit jeweils 56, Deutschland mit 54 und Spanien mit 45 Punkt. Auf den nächsten Plätzen folgten Mexiko mit 42 und England mit 41 Punkten. Die Position des Gruppenkopfes bot den Vorteil, dass man in der Vorrunde den vermeintlich schwersten Gegnern ausweichen konnte. Punkt, dass mit Brasilien und Deutschlands zwei Länder in den Genuss dieses Privilegs kamen, die die Qualifikation nur mit erheblichen Mühen überstanden hatten. Während sie der Qualifikationsgruppenäste England sich bereits in der Vorrunde mit Argentinien konfrontiert sah, provozierte Zenecks Zweifel am gewählten Verfahren, wirkte am Ende des Turniers dann freilich wie eine respektable Prophetie. In der Gruppe A schien Weltmeister Frankreich gegenüber Dänemark, Uruguay und Senegal klarer Favorit. In der Gruppe B gebührte diese Rolle Spanien, das sich dort mit Slowenien, Berguay und Südafrika messen musste. Punkt, auch Brasilien durfte auf ein leichtes Weiterkommen hoffen. In der Gruppe Z hießen die Gegner Türkei, China und Kostarika. Punkt, aus China erwarteten die Organisatoren 100.000 Fans. Punkt, in der Gruppe D standen sich Portugal, Polen, USA und Südkorea gegenüber. Ein glückliches Los zogen mal wieder die Deutschen, die in der Gruppe E die Republik Irland, Saudi-Arabing und Kameran zum Gegner hatten. Die Gruppe F wurde mit Argentinien, das in der FIFA-Weltrangliste hinter Frankreich den zweiten Platz belegte, England, Schweden und Nigeria als Todesgruppe apostrophiert. In der Gruppe G musste sich der dreifache Weltmeister Italien mit Gratin, Ecuador und Mexiko auseinandersetzen. Die Gruppe H bildeten Japan, Belgien, Russland und Tunesien. Quellen und Blatter Bevor ihn fern aus der Ball rollte, kam es zu Quellen innerhalb der FIFA um die Wahl ihres Präsidenten. Amtsinhaber Sepp Blatter hatten seit seiner Kür vom 8. Juni 1998 Vorwürfe der Korruption, Misswirtschaft, Selbstherrlichkeit und Mauschelei begleitet. Punkt, die Bilanz des Schweizers sah alles andere als rosig aus. Der sprunghafte FIFA-Boss hatte die Fußballwelt mit unausgegorenen Vorschlägen wie eine Vereins-WM oder einen Zweijahresrhythmus beim Weltturnier irritiert. Beide Vorschläge waren von der Absicht geprägt, Blatters angeschlagene Hegemonie über die Organisation des Weltfußballs zu rekonstruieren und die UFA in ihre Schranken zu weisen. Punkt, die UFA hatte mit der Champions League ein global vermarktbares Produkt geschaffen, unter deren hervorragender Bedeutung die FIFA-Lit. Punkt, doch Blatters Vereins-WM geriet zum Disaster. Bereits die zweite Auflage musste abgesagt werden. Im Mai 2001 war die hauseigene Rechte Agentur Isl pleite gegangen. Blatter behauptete Verluste in Höhe von ca. 30 Millionen Dollar, doch die Buchprüfer von der Leute und Tatsche bezifferten den Schaden auf das 10-fache Punkt. Eine vom FIFA-Exekutivkomitee installierte interne Prüfungskommission wurde von Blatter kurzerhand abgesetzt, als diese den FIFA-Finanzdirektor Urs Linsey vernehmen wollte. Die Kritiker beschuldigten Blatter völliger Inkompetenz, bereits als Generalsekretär habe er miserabel gewirtschaftet. So seien die Übertragungsrechte für die Turniere 1990,1994 und 1998 für insgesamt lächerliche 340 Mio.Dollar verkauft worden. Punkt, des Weiteren machten diverse Bestechungsgeschichten die Runde. Punkt als Kronzeuge gegen Blatter fungierte mit dem FIFA-Generalsekretär Michael Sen Rufainen, ein ehemaliges Ziehkind und enger Vertrauter des FIFA-Bosses. Erstmals waren Korruptionsvorwürfe auch innerhalb der FIFA-Spitze ein Thema. Elf Mitglieder des 24-köpfigen Exekutivkomitees, darunter auch Kung-Mong-Yon, FIFA-Vizepräsident, Präsident des südkoreanischen Verbandes und Chef des Organisationskomitees seines Landes, reichten gegen Blatter sogar eine Klage wegen Amtsmissbrauchs und Misswirtschaft ein. Mit dem Kameruner Isai-Hato, Präsident des CAF und aus einer der reichsten Familien seines Landes stammend, stand ein Gegenkandidat parat, der in seinem Programm mit dem Titel im Dienste des Fußballs Heereziele wie globale Brüderlichkeit, Transparenz, praktizierte Demokratie und Modernisierung verkündete. Wie schon bei seinem Vorgänger Heff Lange, bestand auch Blatters Machtbasis aus den kleinen, schwachen und bereits mit relativ geringen finanziellen Summen leicht beeinflussbaren Verbände außerhalb Europas. So verfügte die vom Blatterfreund Jaquana aus Trinadat und Tobago geführte Konkakaf über 39 Stimmen, darunter auch die einiger Kleinststaaten. In Europa erhielt Blatter vor allem Unterstützung vom ebenfalls im System des FIFA-Präsidenten tief verstrickten DFB. Gegen Blatters bis in die Herrschaftsbereiche seiner Gegner geflochtenes Unterstützernitz, das vor allem auf einer globalen Verteilung von Geldgeschenken und allerlei Versprechungen beruhte, hatte Hato beim FIFA-Kongress in Seoul keine Chance. Bereits vor der WM hatte Blatter den Endrunden Teilnehmernprämien in Höhe von 135 Millionen Euro versprochen, 51% mehr als in Frankreich 1998 Punkt für den Fall seiner Wiederwahl kündigte der FIFA-Boss der Auszahlung von einem Euro-Punkt-Dollar für jeden der 204 FIFA-Mitgliedsverbände an, die Kontinentalverbände sollten jeweils 10 Euro-Punkt-Dollar zusätzlich erhalten. Hato scheiterte aber auch an seinen eigenen Schwächen Punkt das vom Kandidaten strapazierte Image eines moralischen Erneuerers wies eine Reihe von Kratzern auf Punkt zu Hato's Lobbyisten gehörten ehemalige Isle-Manager und Strategen aus der Blatterseilschaft Punkt auch seine Verbindungen mit dem Sportrichtehändler Jan-Claude Darmont, der sein Unternehmen mit der deutschen Ufersports und der französischen Sport Plus zum Branchenriesensport 5 verschmolzen hatte, warf Fragen nach der Unabhängigkeit des Kandidaten auf. Henry Kissinger schrieb im Anschluss an das Turnier, Der Weltverband hat sich zu einem gigantischen, global operierenden Geschäftsbetrieb entwickelt. Seine Struktur ist zu feudalistisch und zu undurchsichtig angelegt. Punkt eines Tages könnten die Quirlen in eine Krise münden, die ein Unternehmen zerstört, das Menschen rund um den Erdbeer so viel Freude schenkt. Eine unabhängige Untersuchung könnte mehr Transparenz schaffen. Und sie könnte die FIFA befähigen, auch künftig die Leidenschaften und Hoffnungen zu entfachen, die der Welt einen Monat volle Aufregung und Einheit beschert haben. Die Favoriten Das französische Fußballvolk und viele Experten erwarteten von der Equipe Triculore die Titelverteidigung. Nach der WM 1998 war die Verantwortung für das Team des Weltmeisters an Roger Lémerer übergegangen, den das Image eines Apparatschicks verfolgte, der sich im Verband hochgedient hatte. Mit der französischen Soldatenauswahl hatte der als autoritär, politisch konservativ Ich habe die Demonstrationen 1968 in Paris miterlebt, aber ich stand auf der anderen Seite der Barrikade, und selbstherrlich geltende Lémerer 1995 die Militär-WM gewonnen. Und der Lémerer war die Equipe Triculore 2000 als erste amtierende Weltmeister auch Europameister geworden. Les Bleus waren zu Stars der Werbung, Figuren des Jet-Zit und Lieblingen der Politik der Spiegel, avanciert. Premier Chirac ließ es sich nicht nehmen, die Mannschaft per Hubschrauber beim Training in der 50 Kilometer von Paris entfernt gelegenen Verbandssportschule Clairfontaine zu besuchen. Jenseits der Politik zog das französische Ausbildungssystem Experten aller Kontinente nach Clairfontaine. So mancher mutmaßte allerdings schon vor WM-Beginn, dass die Mannschaft ihren Zenit überschritten habe. Die Defensive war mit Barthez, 30, Desai, 33, Lizarazu, 32, Leboif, 34, und Thuram, 30, veraltet und wirkte häufig zu langsam. Als Pluspunkt gegenüber 1998 wurde indes die Offensive betrachtet. 1.998 hatte Frankreich stürmerlos den WM-Titel errungen. 1.2002 standende Mannschaft mit David Trezegütt, Juventus Turin, und Derri Henry, Arsenal Landen, die Torschützenkönige der italienischen Serie A und der englischen Premier League zur Verfügung. Noch häufiger als der amtierende Weltmeister wurde Argentinien als Titelanwärter genannt. 2.23 der 23 Kicker spielten für europäische Klubs, davon 8 in der spanischen Primradivision und 9 in der italienischen Serie A von den Qualifikationsspielen abgesehen, trat Argentinien deshalb vorwiegend in Europa an. Die starke Präsenz der Legionäre war auch eine Folge der ökonomischen Krise des argentinischen Fußballs. 1.Cesar Luis Menotti über den Zustand von Fußball und Land im Jahre 2002, unser Fußball hat bislang einzig wegen des schier unerschöpflichen Reichtums an Talenten überlebt. Punkt, der Niedergang des Fußballs hat sich parallel zum Niedergang des Staates vollzogen. Punkt, der Argentinien leidet unter Ausverkauf. Punkt, es wurden nicht nur unsere talentiertesten Fußballer veräußert. Punkt, alles, was in Argentinien einst öffentliches Eigentum war, wurde in die Hände ausländischer Konzerne gegeben. Punkt, die Kassen sind so leer wie die der Vereine. Punkt, wir erleben in einer von ökonomischen Machtinteressen diktierten Welt eine unfassbare Abwesenheit des Staates. Punkt, der Staat überlässt das Feld jenen, die sich an keine Regeln mehr halten. Punkt, das zerstört die Gesellschaft und den Fußball. So fuhr die Elf mit der Last des letzten nationalen Hoffnungsträgers nach Fernost. Seit 1978 hatte Argentinien 20 Wirtschaftsminister verschlissen, doch nur 5 Nationaltrainer eingestellt. Fußball schien die einzige Konstante im argentinischen Leben zu sein. Der Journalist Romere über die Funktion des Weltturniers für die Südamerikaner. Fußball ist für die Südamerikaner eine ungleich demokratischere Angelegenheit als alle zivile Politik. Die Regeln sind für jedermann gleich. Ein Sieg und Niederlage haben alle gleichermaßen teil. Die Reichen können die Armen, wie ansonsten immer und überall auf der Welt. Den schönsten hatten nicht wegschnappen Punkt und auch die Frustration ist gleichermaßen verteilt Punkt demokratisch auch, weil ihre Länder auf dem Rasen wie nirgendwo sonst mithalten können, auf gleicher Höhe mit der ersten Welt. Argentiniens Trainer Marcelo Bielsa war zwar kein Menotti, aber doch ein Mann mit Visionen, wir suchen den Erfolg in der Schönheit des Spiels. Punkt sicher ist das Resultat das Wichtigste, aber was haben wir schon von einem Erfolg, wenn er nicht schön anzusehen ist? Der Kolumnist Bonifacio del Caril über Bielsa, erscheint die Gehirnsubstanz Menottis mit der fanatischen Ausdauer eines Pilato zu kombinieren. Dem Ansinnen des Argentinischen Verbandes, Maradongas Nummer 10 in Anerkennung seiner historischen Verdienste nicht mehr zu vergeben, machte die FIFA einen Strich durch die Rechnung. Sie ging an Ariel Ortega von River Plate, einen der drei einheimischen Spieler. Die spieltechnische Entwicklung im Weltfußball schien die Favoritenrolle der Franzosen und Argentinier zu unterstreichen Punkt durch das von nahezu allen Top-Teams praktizierte Zustellen von Räumen und ballorientierte Verschieben war das Spielfeld enger geworden Punkt sehr zum Unwillen des einen oder anderen Fußball-Ästheten, dennoch hatte diese Situation die technische Entwicklung durchaus gefördert Punkt gefragt waren Spieler, die den Ball in jeder Lebenslage beherrschten, die ihn nach seiner Eroberung nicht einfach wegpöten, sondern auch auf engstem Raum zum präzisen Kurzpassspiel in der Lage waren Punkt solche Spieler schienen insbesondere Frankreich und Argentinien zu besitzen Punkt im Vergleich zu den Franzosen war das Spiel der Argentinier von einem größeren Sicherheitsdenken und aggressiverem Zweikampfverhalten geprägt Punkt seine besten Repräsentanten hatte das Team vielleicht ein Kapitän Johann Sebastian von Manchester United, der nicht nur durch Technik und Spielintelligenz brillierte, sondern auch durch Kampfgeist. Auch die Teams von der iberischen Halbinsel gehörten zum weiteren Anwärterkreis Punkt Spanien wurde gar als Geheim-Favorit gehandelt, aufgrund seiner WM-Bilanz indes mit vielen Fragezeichen versehen. Der Fußballjournalist Mario G. Estrella vom Fachblatt Marker gab die Stimmung seiner Landsleute wenige Tage vor der WM wie folgt wieder, Spanien spielt so gut wie nie, und fliegt raus wie immer. Doch schien es so, als sei es Trainer José Antonio Camarco, einem autoritären Sturkopf und ehemaligen Weltklasse-Verteidiger, gelungen, der Selektionen in der Vergangenheit so arg vermissten Teamgeist einzubläuen. Dabei kamen Camarco-Veränderungen in der Komposition der Nationalmannschaft entgegen Punkt In der Vergangenheit war die Entwicklung eines spanischen Teamgeistes und einer kohärenten Spielweise an der gegenüber den Klubs geringeren Bedeutung des Nationalteams und der Rivalität zwischen den Real- und den Barker-Spielern gescheitert Punkt Doch Real und Barker setzten in starkem Maß auf ausländische Kräfte. Nur acht bzw. ein knappes Drittel der von Camarco nominierten 23 WM-Akteure kamen von den beiden Giganten des spanischen Vereinsfußballs. Der FC Valencia und Deportivo la Corona, die mit dazu beigetragen hatten, dass die Primera-Division den Ruf der stärksten Liga der Welt genoss, stellten immerhin zusammen sieben Spieler. Erstmals seit der WM 1966 wurde Portugals Fußball wieder zur Weltspitze gerechnet. Portugal war bei der Emeritiert 2000 erst im Halbfinale und dort vom späteren Gewinner Frankreich erst durch ein Golden Goal ausgeschaltet worden. Im Team von Trainer Antonio Oliveira standen mit Luis Fijo, Bui Costa, Joao Pinto, Victor Baia und Fernando Couto fünf Akteure, die mit Portugal 1989 und 1991 U21 Weltmeister geworden waren. Die Spieler firmierten als Brasilianer Europas in Portugals Golden Generation. Zwei Jahre vor der Emeritiert im eigenen Land galt das Turnier in Fernost, im Übrigen erst die dritte WM-Teilnahme der Portugiesen, als letzte Gelegenheit, noch einmal eine Medaille zu erringen. Auch England fand bei den Titelkandidaten Erwähnung.Mit der Einführung der Premier League hatte die Zahl ausländischer Spieler im englischen Fußball erheblich zugenommen.Punkt hinzu kamen ausländische Trainer wie Arsene Wenger, Geratulier oder Rodgoliet.Punkt die Ausländer sollten sich als Segen für den englischen Fußball erweisen, der durch ihr Mitwirken methodisch und taktisch an Professionalität gewann.Punkt nach Vereinsmannschaften wie Manchester United, Liverpool FC und Arsenal hatte diese Entwicklung nun auch die Nationalmannschaft erreicht. Nicht zuletzt Danks Wengerner Exxon.Punkt zu den größten Plagen des englischen Fußballs hatte eine Bebetter-Kauvinistische Saufkultur gezählt, von ausländischen Spielern und Trainern als unprofessionelle Lebensweise gebranntmarkt. Zumal körperliche Fitness eine elementare Voraussetzung für den in England immer noch populären Kampf- und Tempofußball war.Punkt der Guardian schrieb über die Entwicklung Schelfer, sie hätten bis dahin im englischen Clubmanagement um bekannte Standards der Erziehung und Kultur mitgebracht. Die ausländischen Trainer seien gut ausgebildet und repräsentierten die Mittelklasse. Ob wir dies mögen oder nicht das ist die Zukunft des Fußballs. Englands Optimismus wurde durch eine schwere Verletzung David Beckhams getrübt.Punkt am 10.April 2002 hatte sich Beckham beim Champions-League-Spiel-Manchester United gegen La Corona nach einem üblen Foul des Argentiniers Aldo Duscher den Mittelfussknochen gebrochen. Der Vorfall war Wasser auf die Mühlen anzieher argentinischer Ressentiments.Punkt manche vermuteten dahinter eine bewusste Attacke, um den Gruppengegner Englands zu schwächen. Die Einsatzfähigkeit der wohl größten Pop-Ikone in der Geschichte des englischen Fußballs seit George Best war lange Zeit fraglich. Becks Fuß wurde zum Dauertimmer der Medien.Punkt sogar die Queen nahm Anteil am Schicksal des Stars. Bei den Brasilianern war der 36-jährige Romario, Weltfußballer von 1994, trotz Bettens, Bettens und öffentlich vergossener Tränen nichts dabei. Auch die Fürsprachen des Staatspräsidenten und Mario Zagalos sowie Demonstrationen von Romario-Fans konnten Trainer Luiz Felipe Scolari nicht erweichen. Der bei den Fans und den Medien wegen seiner Ablehnung eines Samba-Fußballs und Rüdenumgangs mit Kritikern unpopuläre Trainer erhielt sogar Morddrohungen. Ein Romario auf der Bank, so Scolaris Überlegung, würden nur für Theater im Team und daheim sorgen. Ohnehin war für Scolari das Team der Star, bei mir haben Großnamen keinen Stammplatz garantiert. Den Titel holt ein Kollektiv. Die Zeit des schönen Fußballs ist vorbei. Für Scolari zählte allein das Ergebnis, sonst nichts. Flair und Finesse hielt er für nebensächlich. Wunderbar, wenn man das eine mit dem anderen verbinden kann, wenn das aber nicht geht, muss das Resultat absolute Priorität haben. Statt Samba-Fußballern bevorzugte Scolari ein arbeitsames und diszipliniertes Teampunkt als taktisches Konzept verschrieb er der Seeläcker die kontrollierte Offensive. Nach seinem Amtsantritt hatte Scolari verkündet, seine Spieler benötigten wie Jugendliche klare Regeln, aber auch Motivation. Die Schlussszene des Oliver Stone-Streifens Anne Givensandé, der das Comeback eines Football-Teams zum Thema hat, diente Scolari dafür als Material. Er zitierte Appelle, mit denen Hauptdarsteller Alpacino sein Team motivierte, wir sind eine Mannschaft, entweder wir schaffen das zusammen, oder wir scheitern als Individuen. So funktioniert Fußball. Das unglaubliche Kicker-Potenzial seines Landes gestattete Scolari neben Romario auch auf Spieler wie Maslinho, Teat HBSC Berlin, Elbe, Bayern München, Amorso, Borussia Dortmund, und Z.E. mit Akut-Roto, Bayer Leverkusen, zu verzichten. Laut Lucio, dem einzigen Bundesliga-Brasilianer, der die Ansprüche des Trainers erfüllen konnte, gab es 60 Spieler, die das Potenzial besaßen, an der WM teilzunehmen. Scolari legte Wert auf eine ausgewogene Mischung aus europäischen Legionären und Spielern, die noch in der Heimat spielten, wie Luizzo, Edson, Kaka oder Gilte Silva. 12 der 23 Akteure kickten für heimische Vereine. Zu den Legionären zählte überraschenderweise auch Ronaldo, der seit dem Finale von 1998 vorganglich durch schwerste Verletzungen und missratene Comeback-Versuche von sich Reden gemacht hatte. In Brasilien hatte man über das vorzeitige Ende der Karriere des Wunderkindes spekuliert. Erst im März 2002 konnte der Weltfußballer von 1996 und 1997 sein Comeback in der Seele-Ecke feiern. Viele brasilianische Fans äußerten Zweifel am Sinn der Nominierung Ronaldos. Doch der Weltstar verkündete selbstbewusst, ich will Weltmeister und ich will Torschützenkönig werden. Der emeritiert zweite Italien reiste mit zehn Spielern an, die schon 1998 dabei waren. Mit Giovanni Trapattoni, der nach der emeritiert 2000 Bedino Zoff abgelöst hatte, wurde das Team von einem der weltweit erfahrensten und erfolgreichsten Trainer betreut. In taktischer Hinsicht galten die Italiener als das am besten geschulte Team, und in allen Mannschaftsteilen verfügten sie über Weltklasse-Spieler. Was die Deutschen anbetraf, Stammgast unter den üblichen Verdächtigen, so war nach den Pleiten von 1994 und 1998 selbst der Mythos von der Turniermannschaft stark beschädigt. Das DFB-Team galt weiterhin als nur noch zweitklassig. 1994 und 1998 hatte man noch Kübel der Kritik und des Spots über das DFB-Team geschüttet, nachdem es jeweils im Viertelfinale ausgeschieden war. Diesmal erklärten die heimischen Fußball-Sachverständigen bereits das Erreichen des Viertelfinales zum großen Erfolg. Vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel gegen die Ukraine hatten einige dem Team sogar zum Verzicht auf Team-Teilnahme geraten, um sich stattdessen auf die WM 2006 im eigenen Land zu konzentrieren. Tatsächlich war das Team besser als sein Ruf. Dass es vielfach in Grund und Boden geredet wurde, war nur die Kehrseite übertriebene Erwartungen nach den Triumphen von 1990 und 1996. In Deutschland tat man sich schwer mit den verflachten Hierarchien im Weltfußball. Rudi Völler, der sich stets schützend vor sein Team stellte, hatte Frankreich, Argentinien und Brasilien als Favoriten genannt. Danach räumte er noch Italien, Portugal, vielleicht England Chancen ein. Aber danach kommen wir schon mit vielen anderen, vor denen wir uns nicht zu verstecken brauchen. Zwischen den Pfosten stand mit Welterhüter Oliver Kahn von Bayern München der einzige anerkannte Weltklasse-Spieler des deutschen Fußballs. Punkt mit Scholl und dem jungen Dessler, dem Hoffnungsträger des deutschen Fußballs schlechthin, blieben zwei Kreativspieler verletzungsbedingt daheim. Fast noch schwerer schien der Ausfall von Abwehrschiffen der Woldny zu wiegen, der aus gleichen Gründen passen musste. Auch Christian Wörms erteilte Völler eine Absage. Karl Schlag um Kahn, schrieb der Kicker.Völler schien die gewachsene Hierarchie weggebrochen zu sein. Die Generation 2006, zu denen vor allem die Spieler Metzl der, 21, Kiel, 22, Klose, 23, und Frings, 25, zählten, musste sie mit früher in die Verantwortung als geplant. Was der deutschen Turnier teilnahm noch mehr den Charakter einer Weiterbildungsreise und Vorbereitung auf 2006. Nur sechs Spieler des Gaders verfügten über WM-Erfahrungen.und diese kamen auch nur auf insgesamt 17 Spiele. Mit erheblicher Verspätung und animiert durch das Beispiel der französischen Equipe Tricolore manifestierte sich nun auch im viele Jahre ethnisch sauber gehaltenen DFB-Team die Tatsache der Einwanderungsgesellschaft. Wenn gleich noch recht zaghaft mit Gerald Asamoah reiste Deutschland erstmals mit einem schwarzen und in Afrika geborenen Spieler zu einem großen Turnier. Aber auch Namen wie Thomas Derrick, Miroslav Klose oder Oliver Neuwähle standen für eine pluralistischere Komposition. In der Qualifikation hatten Rudi Völler und sein Mitstreiter Michael Schib noch weitgehend auf die Emeritiert-Versager gebaut. Nach Ansicht des Trainer-Duos hatten sich diese bei der Emeritiert 2000 schlechter verkauft, als sie tatsächlich waren. Nach und nach wurden dann junge neue Gesichter eingebaut. Ein Prozess, der durch die zahlreichen Ausfälle noch forciert wurde. Die größte Leistung von Völler und Schibbe bestand darin, ihrem Team jenen Spirit zu vermitteln, der unter den Vorgängern Fuchs und Rebek völlig abhandengekommen war. Der Teamchef war alles andere als ein Theoretiker, in der Öffentlichkeit pflegte er nur selten über Taktik zu reden. Den Punkt aber im Gegensatz zu so manchem Theoretiker konnte der Fuchs, der er schon als Spieler war, ein Spiel lesen und somit im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Vorrunde ein Weltmeister wird gedemütigt. Das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Senegal am 31. Mai in Seoul stand im Zeichen der Globalisierung und demonstrierte zugleich den mittlerweile recht großen französischen Einfluss im internationalen Fußball. Senegals komplette Startformation, trainiert vom langmännigen Franzosen Bruno Metsu, verdingte sich im französischen Profifußball. Vom 23-köpfigen WM-Kader hatten 21 Spieler einen französischen Arbeitgeber. Viele der Nationalspieler hatten Frankreichs Fußballinternate durchlaufen. Fabien Barthez monierte später, man habe gegen eine Auswahl aus Montpellier und Lorient gespielt. Mit ihrem Gegner kannten sich die Senegalesen somit bestens aus. Umgekehrt stand bei den Franzosen nur der bereits 34-jährige Frank Leboeuf von Olympique Marseille bei einem heimischen Verein unter Vertrag. Sieben Akteure der Startformation des Weltmeisters kickten in der englischen Premier League, der lukrativsten nationalen Liga der Welt, zwei in Italiens Serie A und einer in der deutschen Bundesliga. Zum Entsetzen der französischen Fans hatte sich Superstar Zinedine Zidane bei einem WM-Vorbereitungsspiel verletzt und fiel für den WM-Auftakt aus. 62.561 Zuschauer im World Cup-Stadium zu Seoul wurden Zeugen der ersten Sensation dieser WM-Punkt. Der Weltmeister unterlag den technisch versierten Senegalesen mit 0.1-Spieler des Tages war der exzentrische, blond gefärbte El Hadjidil vom RC Lenz, Afrikas Fußballer des Jahres 2001, der die langsame französische Abwehr wiederholt stipierte. Nach dem Spiel unterzeichnete der in seiner Heimat aufgrund seiner acht Treffer in der WM-Qualifikation Serien-Giller gerufene 21-jährige Torjäger, der einst die Reputation eines Schlägers besaß, beim FC Liverpool einen Fünf-Jahres-Vertrag.Liverpool ließ sich den Transfer 10 Mio. von Kosten, eine der höchsten Transfersummen, die in diesem Sommer auf dem durchsinkende TV-Einkünfte in die Krise geratenen europäischen Transfermarkt gezahlt wurden.Daheim im Senegal erklärte Staatspräsident Abdoulaye Wade den 31.Mai spontan zum Nationalfeiertag.Wade, der nach dem Schlusspfiff in die Staatsflagge gehüllt in einem offenen Jeep durch die Straßen der Kars fuhr, gewährte seinem Volk ein freies Wochenende.Gejubelt wurde aber nicht nur in Senegal.Zo schrieb der in Johannesburg erscheinende Saturday Star, es lebe Afrika. Afrika hat in die Rangordnung des Weltfußballs eine Bresche geschlagen. Und die Dele-Nation aus Nairobi interpretierte das Resultat als Erfolg der schwarzen Welt. Senegal Sieg zeigt, dass die Zukunft des Fußballs uns gehört.Die Stärke der Schwarzen war auch in der französischen Mannschaft zu sehen. Auch bei seinem zweiten Auftritt blieb dem amtierenden Weltmeister ein Torerfolg versagt.Beim Spiel Frankreich gegen Uruguay ging es bereits für beide Teams um alles oder nichts, denn die Südamerikaner hatten zuvor gegen Dänemark 1.2 verloren.Bei den Franzosen fehlte erneut Sedane.Ab der 25-Punkt-Minute musste der Weltmeister aufgrund eines Platzverweises auch noch auf Stürmstadt Eri Henry verzichten. Auch in Unterzahl waren die Franzosen das bessere Team.Trotzdem blieb es bei einem torlosen Remis, für das vor allem die beiden starken Kiefer Barthez und Carini verantwortlich waren.Daheim geriet lehnt das 4-2-3-1-System immer mehr in die Kritik. Doch waren Frankreichs Probleme nicht allein Resultat einer falschen Taktik, sowohl Senegal wie Uruguay wirkten fitter und agierten spritziger.Frankreich dagegen erwägte den Eindruck der Überspültheit und körperlichen Erschöpfung. Das Remis verhinderte lediglich den sofortigen Untergang der beiden Teams. Da sich Dänemark und Senegal ebenfalls unentschieden, 1-Doppelpunkt-1, trennten, musste die Equipe Tricolore ihr letztes Gruppenspiel gegen die Skandinavier mit zwei Toren Unterschied gewinnen, wollte sie ihr Weiterkommen aus eigener Kraft sichern. Doch nicht der Weltmeister, sondern die deren Schoßen zwei Tore mehr. Die französische Elf wirkte erneut ausgepumpt und kam erst zu großen Chancen, als die Dänen bereits mit 2-Doppelpunkt-Null-Unführung lagen und die Partie so gut wie entschieden war. Der nur halb fiel ins Team zurückgekehrte Hoffnungsträger Zidane mühte sich redlich und war Frankreichs auffälligster Mann, was aber vor allem etwas über die Schwäche seines Team aussagte. Nach 1950, Italien, und 1966, Brasilien, schied damit zum dritten Mal ein amtierender Weltmeister bereits in der Vorrunde aus Punkt aber noch nie hatte ein ausgeschiedener Champion eine derart schlechte Bilanz aufzuweisen, 1-Punkt und 0-Doppelpunkt-3-Tore bedeuteten den letzten Platz in der Gruppe Alim. Er ist Abschottungsstrategie war genauso nach hinten losgegangen wie seine Spieltaktik. Der Weltmeister hatte nicht gemerkt, wie sein Entwicklungsvorsprung Stück für Stück aufgezählt wurde. In den späten 1980er und frühen 1990ern hatten die Dänen mit Dänisch seine Mal begeistert, Fußball aus dem Bauch heraus, herzerfrischend. In Fernost agierte das Team von Morten Olson geradezu unterkühlt. Die Skandinavier erreichten den Gruppensieg durch eine klar strukturierte und durchdachte Spülweise. Auch Frankreich bedürfte das Weiterkommen. Feiernpunkt gegen Uruguay führten die Senegalesen zur Halbzeit bereits mit 3.0, bevor die US zur Aufholjagd bliesen, traditionelle afrikanische Schwächen aufdeckten und die Überraschungsmannschaft noch kräftig zittern ließen. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gelang den Südamerikanern vom Elfmeterpunkt der Ausgleich zum 3.3, was zugleich der Einstand war. In der Gruppe B gelang Spanien mit einem 3.1 über Slownien erstmals wieder seit 52 Jahren ein Sieg zum WM-Auftakt. Perigua musste im ersten Spiel gegen Südafrika auf seine torwartlegende Klauvert verzichten. Der gesperrte Exzentriker, der Ambitionen auf die Präsidentschaft in seinem Land hegte, hatte in den Qualifikationsspielen Brasiliens Superstar Ropukalos angerotzt. Punkt noch vor dem Halbzeitpfiff brachte der für Bayern München spielende Mädchenschwarm Rockesan Takros seine Farben in Frontpunkt. Nach 55 Minuten stand es sogar 2.0, doch ein eigenter und ein vom Ersatz-Keeper Tavarelli verschuldeter Elfmeter in der letzten Spielminute kosteten den bereits sicher geglaubten Sieg. Beim zweiten Auftritt Beriguaß-Werkelau wird wieder dabei, ohne sein Team zu verstärken. Im Gegenteil der mollig gewordene Keeper geriet zur Lachnummer und trug eine erhebliche Mitschuld an Beriguaß 1.3 Niederlage gegen Spanien, die den Eberern als ersten Teilnehmerland die Qualifikation für das Achtelfinale sicherte. Nach der Auftakt-Niederlage hatte Slownien-Trainer Sareko Katanik seinen Start Slatko Zauvic, mit 32 Toren und 65 Länderspielen erfolgreichster Nationalspieler seines Landes, nach Hause geschickt. Nach seiner Auswechslung hatte Zauvic-Katanik übel beschimpft, und nach dem Schluss pfiffer es in der Kabine sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden gekommen. Ein Spiel später durfte sich das komplette Team des kleinsten WM-Teilnehmers auf die Heimreise vorbereiten. Gegen Südafrika, das technisch ansprechenden Fußball vortrug, kassierte Slownien eine 0.1 Niederlage. Des einen Leid, des anderen Freud, Sabon Amwittes Tor aus der 4-Punkt-Minute bedeutete den ersten WM-Sieg in der Geschichte des von Jomo Sonno trainierten Bafana-Bafana-Teams, das nun in seinem letzten Vorrundenspiel auf Spanien traf.Beiden Teams genügte ein Unentschieden zum Weiterkommen. In Spaniens Startformation standen nur drei Stamppspieler.Zwei Mal ging das Pteam in Führung, zweimal konnte Bafana, Bafana ausgleichen, und in der 56-Punkt-Minute erzielten die Spanier durch Raul erneut einen Treffer. In der Schlussphase begnügten sich die Südafrikaner dennoch damit, das Ergebnis zu halten und das spanische Spiel zu zerstören. In der fatalen Annahme, dass 2-Doppelpunkt-3 würde zum Weiterkommen reichen, wechselte Sonno sogar einen weiteren Defensivspieler an Punkt Schuld waren Komma Unikadionsprobleme, durch die ein falscher Eindruck vom zeitgleichen Geschehen zwischen Berguay und Slownien vermittelt wurde.Die Südamerikaner lagen zwei beim Halbzeitpfiff mit 0-Doppelpunkt-1 im Rückstand und spielten nach einem Platzverweis von Pertes in Unterzahl, doch der italienische Trainer Senior Cesare Maldini bewies ein überaus glückliches Händchen, in der 54. Minute brachte er Campos aufs Feld, in der 61. Minute Quas. In der 66. Minute gelang Quas der Ausgleich, acht Minuten später Campos die Führung. Die Südafrikaner glaubten sich aufgrund des besseren Torverhältnisses noch immer im Wettbewerb, da gelang Quas in der 84-Punkt-Minute auch noch das 3-Doppelpunkt-1. Beide Teams verfügten nach dem Abpfiff des letzten Gruppenspiels über die gleiche Anzahl von Punkten und ein ausgeglichenes Torverhältnispunkt. Doch da Pertwey ein Tor mehr geschossen hatte als Südafrika, hatten die Südamerikaner am Ende die Nase vorne. Für Pertwey war es bei der fünften WM-Teilnahme die zweite Qualifikation fürs Achtelfinale. Souveräner Gruppensieger wurde Spanien, dessen Vorsprung auf den zweiten bei dreißigen Fünfpunkte betrug. Vor ihrem ersten Auftritt in der Gruppe C ereilte Brasiliens Seeläcke einer Hiobsbotschaft. Ihr Star Emerson hatte sich beim Training die Schulter verrenkt, als er spaßeshalber einen Torwart mimte.Die Verletzung hatte einen heftigen Streit zwischen Scholarie und Emersons Vereinstrainer Carpelo, es Rom, zur Folge. Im Auftaktspiel gegen die Türkei durfte sich der Rekordweltmeister beim schwachen südkoreanischen Schiedsrichter Yang Yo-Kim bedanken, der in der 87-Punkt-Minute ein Foul an Luizzo in den Strafraum verlegte und folglich mit einem Strafstoß bedachte. Rivaldo verwandelte zum 2-Doppelpunkt-1-Sieg. Übeltäter Alpe musste das Spielfeld ebenso verlassen wie später sein Landsmann Unsal, der Rivaldo vor Ausführung eines Eckstoßes gegen den Oberschenkelschoss, woraufhin dieser theatralisch zusammenbrach. Die FIFA belegte Rivaldo anschließend für seine Schauspielleistung mit einer lächerlichen Geldstrafe von 10.000 Franken, die noch unter der Tageseinnahme des Weltstars lag. Rivaldo zeigte keinerlei Anzeichen von Reue, ich habe überzogen reagiert, damit er die rote Karte bekommt. Kurz vor der Halbzeit hatte Hazan Sassi Türken in Führung gebracht, die Ronaldo in der 50-Punkt-Minute mit seinem ersten Tor für die Seleca seit der WM 1998 egalisieren konnte. China unterlag bei seiner WM-Premiere Costa Rica mit 0.2. Gegen Brasilien wurde es für die Chinesen erwartungsgemäß nicht besser, obwohl 20.000 Chinesen unter den 36.750 Zuschauern im auf der Insel Juju gelegenen World Cup-Stadium von Seguipos die Partie in ein Heimspiel für ihr Team verwandelten. Eine glanzlose Vorstellung reichte den Brasilianern zu einem deutlichen 4-Doppelpunkt-Null-Sieg, der daheim Hunderttausende auf die Straßen trieb, die die Wiedergeburt der Seleca feierten. Jungstarr Ronaldinho Gauchoff verkündete vollmundig, Wir werden der Welt die Macht des Samba-Fußballs zeigen, rechnet mit uns im WM-Finale. In Peking schaltete die chinesische Polizei die Großleinwand-Übertragung ab, woraufhin es zu wütenden Protesten, Ausschreitungen und Festnahmen kam. Die Türkei musste sich gegen Costa Rica mit einem mageren 1.1 Begnügen. Trainer Senol Günes war nicht der erste seiner Zunft, der die Müdigkeit seiner Akteure beklagte. Wie schon gegen Brasilien kassierten die Türken den entscheidenden Gegentreffer erst wenige Minuten vor Spielschluss. Vor dem letzten Spieltag stand Brasilien bereits als Achtelfinalteilnehmer fest. Platz 2 wurde im Fernduell zwischen Costa Rica und der Türkei im Mittelpunkt in einem von Offensivgeist geprägten Spiel zweier Mannschaften, die eine fast kindliche Freude an ihrem Tun hatten, die zeigen wollen, was sie können, und die vor allem auch können, was sie zeigen wollen. Thomas Kilchenstein in der Frankfurter Rundschau, lagen die Mittelamerikaner gegen Brasilien nach 38 Minuten bereits mit 0.3 zurück, arbeiteten sich jedoch bis zur 56. Minute auf ein 2.3 heran. Als der Seeläcker der Ausgleich drohte, zog sie wieder an und kam noch zu einem klaren 5.2 Siegpunkt. Die Türken schlugen China 3.0, ihr erste WM-Sieg seit dem 20. Juni 1954, als man in Genf Südkorea mit 7.0 besiegt hatte. Aufgrund des besseren Torverhältnisses, 4.3 gegenüber 5.6, durfte die Türkei bei ihrer zweiten WM-Teilnahme erstmals den Einzug unter die letzten 16 Feuern. Für China dagegen endete der erste WM-Ausflug deprimierend 0.0 und 0.9 lautete die Bilanz des Teams von Bora Melutinovic. Das bevölkerungsreichste Land der Welt, in dem mehr Kicker als anderswo gegen den Ball treten, plagt noch erheblicher Nachholbedarf. Bora Melutinovic verwiss auf die mangelhafte Infrastruktur, in Landen oder in Belgrad gibt es mehr Fußballplätze als in China. Eine systematische Jugendförderung existierte nicht. Die beiden Profiligen waren erst fünf Jahre alt. Über die erste Liga hieß es, ihr Niveau sei schlechter als das der deutschen 2-Punkt-Liga. In Gruppe D spielte mit Südkorea einer der beiden Gastgeber. Noch wenige Wochen zuvor hatte die südkoreanische Öffentlichkeit von dem bevorstehenden WM-Turnier kaum Notiz genommen. Das Eröffnungsspiel mit die Titel Verteidiger Frankreich hatte man höflich reserviert verfolgt. Doch binnen Stunden änderte sich alles. Als das Spiel Südkorea gegen Polen abgepfiffen worden war und die Gastgeber mit einem 2-Doppelpunkt-Null ihren ersten Sieg bei einem WM-Turnier verbucht hatten, feierten Millionen in den Großstädten und machten die Nacht zum Tag. Die Einschaltquoten beim Fernsehen schnellten auf über 75 Prozent. Jetzt war die Weltmeisterschaft im Austragungsland tatsächlich angekommen. Die Niederlage der Polen war eine glatte Sensation, vor allem in ihrer Deutlichkeit. Polens Abwehrspieler Thomas Zwal doch, wir wurden selten so an die Wand gespielt wie heute. Die ehemalige Weltklasse-Spieler Zbigniewonnik, mittlerweile in der polnischen Verbandsspitze tätig, bemühte eine etwas eigentümliche Erklärung für den Erfolg der Asiaten. Die Koreaner sehen alle gleich aus Semikolon und man kann sie nicht voneinander unterscheiden. Ich weiß nicht, wie unsere Spieler ihre Gegenspieler erkennen sollen. Für die zweite Überraschung in Gruppe D sorgten die USA, die gegen Portugal mit drei Doppelpunkt-Zwei gewonnen Punkte aus Sicht der Portugiesen war das Ergebnis sogar noch schmeichelhaft. Gegenüber den müden und ideenlosen Fichu und Co. erwiesen sich die US-Boys, fußballerisch eher Repräsentanten eines gehobenen Mittelmaßes, physisch haus-haus-überlegen. In den ersten 30 Minuten wurden die Portugiesen von Trainer Bruce Arenas gelungene Mischung aus hungrigen, jungen Kickern und Routiniers förmlich überrannt. Die USA zelebrierten einfachen Fußballpunkt bereits nach 39 Minuten stand es 3.0 für die US-Boys, die in Frankreich 1998 noch mit Nullpunkten das schlechteste Team gestellt hatten. Vor der Begegnung Südkorea gegen die USA in Deck warnten die FIFA-Sicherheitsexperten vor Ausschreitungen und einer anti-amerikanischen Stimmung. Präsident Kim Dae-jung erwog, der Partie fern zu bleiben, aus Angst vor diplomatischen Irritationen. In Südkorea wurde ein wachsender Anti-Amerikanismus registriert, der sich aus vielen Quellen speiste. Aus sportlichen Disputen, bei der Winter-Olympiade in Salt Lake City war Südkoreas Short-Track-Star Kim Dong-sung nach seinem Finalsieg disqualifiziert worden. Zugunsten des US-Guardes Apollo Anton ohne Minus, aus dem Klau eines schon sicher geglaubten Rüstungsauftrags durch die US-Rüstungsindustrie sowie aus der unerbittlichen Haltung der Bush-Administration gegenüber dem Nachbarn Nordkorea. Beim Spiel waren 10.000 Polizisten und 900 Soldaten im Einsatz, die jedoch nicht eingreifen mussten. Die USA gingen in der 24. Minute durch Mattis in Führung. In der 41. Minute konnte der ausgezeichnete US-Keeper Brad Friedl als erster seines Fachs bei dieser WM einen Strafstoß-Abwehrenpunkt. In der 78. Minute war dann aber auch der Mann vom englischen Premier-Division-Club Blackburn Rovers machtlos, als Südkoreas pausenloses Anrennen doch noch mit dem Ausgleich durch Jung-Wahn-An belohnt wurde. Dieser feuerte seinen Treffer, indem er die Bewegungen eines Short-Trackers mimte.Uschko Ach-Bruce Arena attestierte den Asiaten, sie bildeten ein Poverty am mit bewundernsweter Fitness. Für Portugal und Polen ging es im zweiten Spiel bereits um alles oder nichts. Die Partie geriet zum Pauleta-Festival. Der Stürmer von Girondins Bordeaux erzielte drei Treffer zum klaren 4.0-Sieg der Portugiesen, der das aus für die Polen bedeutete. Am letzten Spieltag deuteten die Polen dann doch noch ihr wahres Potenzial an. Ein schwaches US-Team wurde mit 3.1 besiegt. Dass die USA trotzdem den Einzug ins Achtelfinale feuern durften, hatten sie den Südkoreanen zu verdanken. Denn diese besiegten Portugal mit 1.0 und beendeten die Vorrunde als Gruppensieger.Als Pauliesung in der 70. Minute den Siegtreffer erzielte, standen die Portugiesen nach Platzverweisen gegen Joao Pinto und Beto nur noch mit neun Mann auf dem Feldpunkt, das bis dahin wegen seiner kommunistischen Assoziation für Pönte-Rot war binnen weniger Tage zur populärsten Farbe des Landes avanciert und zum Symbol koreanischen Patriotismus. Die Korea-Teams, unter der blutfarbenen Flagge verübten die kommunistischen Teufel-Abscheulichkeiten gegen unschuldige Menschen. Doch seit dieser WM stehe rot für den Charakter des gesamten koreanischen Volkes für Beweglichkeit, Enthusiasmus und Dynamik. Deutsches Team, neu geboren. Wir sind gekommen, um die Fahne des Islams zu erheben und der Welt zu beweisen, dass der Islam eine Religion der Toleranz ist. Dies erklärte der saudische Sportminister Nawaf Ibn Faisal vor dem ersten Auftritt des als Brasilianer des Orients hochgejatzten Team Saudi-Arabiens gegen Deutschland.Nach dem Spiel, das die Deutschen auch in dieser Höhe verdient mit 8.0 gewonnen, waren in der in Landen erscheinenden arabischsprachigen Tageszeitung Al-Zarabi böse Worte in Richtung des Ministers zu lesen. In einem langen Leserbrief eines saudischen Bürgers stand und andere geschrieben, wer war es, der sich dazu ermächtigte, den Islam gewaltsam mit diesem Spiel in Verbindung zu bringen, aus dem er zum Gespött der ganzen Welt mit 8 ungläubigen Toren herausgekommen ist? Wann verstehen die Araber endlich, dass der Sport auf höchstem Niveau kein Familienspiel ist, sondern eine Wissenschaft? Eine hervorragende Leistung eines Spielers auf dem Sportfeld ist bei weitem schwieriger zu erlangen als die Position eines arabischen Haschers, der aufgrund der testamentarischen Verfügung seines Vaters an die Macht gekommen ist. Die Deutschen hatten die Flügel der grünen Falken starkgestutzt das 8.0 war der höchste WM-Sieg in der Geschichte der deutschen Nationalelf und seit dem Turnier von 1978, als man Mexiko mit 6.0 besiegte. Wie schon in den Testspielen gegen die zweit- und drittklassigen Fußballnationen Israel 7.1, Kovait 7.0 und Österreich 6.2, zerlegten die Deutschen den körperlich unterlegenen Gegner durch Balleroberung im zentralen Mittelfeld, von wo aus das Spielgerät schnell auf die Flügel geschlagen wurde und von dort mit harter Flanke vor das gegnerische Torpunkt dem Kaiserslauener Miroslav Klose gelangen drei Kopfballtreffer. Nach Moloch, 1954, Müller, 1970 und 1974, und Rumänischke, 1982, bei Klose damit der vierte deutsche Spieler, der drei Treffer in einem WM-Spiel erzielte Punkt für den im polnischen Kampeln geborenen ehemaligen Bezirksklassenkicker war es bereits der dritte Dreher in 13-Punkt-Länderspiel. Saudi-Arabienstrainer Nasser Ayoha, der erste einheimische Übungsleiter seines Landes bei einer WM, musste um ein ähnliches Schicksal bangen wie der Alto Pereira vier Jahre zuvor. Der Brasilianer, der sein Heimatland 1994 zum Titelgewinn geführt hatte, war damals von den saudischen Prinzen noch während der Vorrunde geschasst worden. Irlands Chancen schienen vor der ersten Begegnung gegen das hochgehandelte Kameran auf den Nullpunkt gesunken zu sein. Nach Ausfällen gegen Trainer Mick McCarthy war Irlands einziger Weltklasse und Champions-League-Spieler, Roy Keane von Manchester United, nach Hause geschickt worden.Seine Teamkameraden sprachen sich für den Trainer und gegen ihren Kapitän aus.Was nach der Abreise des ehemaligen Amateur-Boxers aus Cook übrig blieb, war größtenteils bessere Durchschnittsfahrer.Doch wie schon bei den Turnieren 1990 und 1994 kommer wusste Irish Spirit dies zunächst zu kompensieren. Und außerdem waren da ja noch die irischen Fans, die nicht nur aus der Heimat, sondern auch aus der Diaspora dieses Emigrantenvolkes nach Asien geströmt waren und neben den Engländern an das größte europäische Fan-Kontingent stellten. Eine 1.0-Führung der Afrikaner durch Patrick Mboma konnte ausgerechnet Keane Ersatz Matt Holland, der gerade mit Ipswich Down aus der englischen Premier League abgestiegen war, ausgleichen. Die Ehren feierten das Remy wie einen Siegpunkt die Fans skandierten, siehste das, Roy Keane? Beim Africa Cup waren die unzähmbaren Löwen erstmals mit ärmelosen Trikots aufgelaufen, die die Fußballer wie Basketballer aussehen ließen.Das Kleidungsstück war Teil einer Marketing-Kampagne des Ausrüsters Buma, der die Afrikaner mit einem Jahresallee von lediglich 700.000 Dollar vergleichsweise billig eingekauft hatte. Nikke ließ sich sein Brasilien-Engagement immerhin über zehn Jahre gestreckte 200 Millionen Dollar kosten. Adidas Image lautete Sicherheit, Nikkes Freiheit. Buma wollten nun mittels der Lions und des Basketball-endlichen Scherz den Platz des Rebellen besetzen.Doch die FIFA untersagte den Kamerunern das Tragen ihres Scherz, indem sie sechs Monate vor Beginn der WM einen Ärmel aufnäher vorschrieb.die Kameruner befestigten ihn an einem transparenten Netzärmel. Gegen Irland wurden die Deutschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Zwar ging das DFB-Team nach 19 Minuten durch einen Treffer von kloser Entführung, doch fortan zeigten die Ehren das bessere Spielpunkt dominierte zu Charltons Zeiten der lange Ball in den Rücken der gegnerischen Abwehrspieler. So zeigten die Ehren nun einen ansehnlichen Kombinationsfußball und besaßen in dem Irland auf einen vielversprechenden und kreativen Offensivspieler.In der Nachspielzeit konnte auch der starke Kahn den völlig verdienten Ausgleich durch Robby Kinn nicht verhindern. Die Ehren erwiesen sich auch bei dieser WM als Remy-Spezialisten nach nun insgesamt elf WM-Begegnungen lautete ihre Bilanz sieben unentschieden, drei Niederlagen bei nur einem Siegpunkt symptomatisch für eine Elf, die in der Vergangenheit zwar das Spiel des Gegners zerstören konnte, ohne aber ein eigenes zu entfalten. Um das Achtelfinale aus eigener Kraft zu erreichen, musste Irland gegen Saudi-Arabien, das auch gegen Kamera 0.1 verloren hatte und damit bereits ausgeschieden war, ein Rekordergebnis erzielen. Rekord meinte allerdings lediglich einen 2.0-Sieg. 1.020 Minuten hatten die Ehren bis dahin bei drei WM-Turnieren gespielt, aber nur klägliche sechs Tore erzielt Punkt noch nie war denn Ehren in einem WM-Spiel mehr als ein Tor gelungen Punkt gegen die Saudis wurden erst dann sogar deren drei Punkte dabei boten die Kicker von der grünen Insel eine schwache Vorstellung und gewährten den Saudis mehr Spielanteile. Doch mit einem 3-Doppelpunkt-Null-Sieg qualifizierte sich Irland bei der dritten WM-Teilnahme zum dritten Mal für das Achtelfinale. Mit 0 Punkten und 0.12 Toren war Saudi-Arabien das schlechteste Team dieser WM. Sieger in Gruppe E wurde Deutschland, das in seinem letzten Spiel Kameran mit 2.0 bezwang . Ein eher glücklicher Sieg, denn in der ersten Hälfte gaben die schnellen und wendigen, aber konditionsschwachen Afrikaner gegenüber den häufig langsamen und ungelenkten Deutschen den Tong an, scheiterten aber ein Kahn und mangelhafter Präzision im Abschlusspunkt in der 38-Punkt-Minute wurde Carsten Remmelo, nachdem er binnen zwei Minuten den schnellen Samuel Ero zweimal gefault hatte, mit gelb-rot des Feldes verwiesen. Obwohl in Unterzahl, gelang den Deutschen in der 50-Punkt-Minute durch den eingewechselten Marko Boden nach herrlicher Vorarbeit von Miroslav Klose die Führung. Mit der Einwechslung Boots und der Umstellung auf eine Viererkette hatte Völler Gold richtig gelegen. In der 79. Minute war es Klose selbst, der für die Entscheidung sorgte. Das Spiel geriet zu einem Markstein in der deutschen WM-Kampagne. Völler, der die Spieler in der Pause bei der Ehre gepackt hatte, bemerkte anschließend, so werden neue Mannschaften geboren. Und Michael Ballack, das sind so Momente während eines Turniers, in denen du merkst, man kann schwierige Situationen überstehen, uns muss erst mal jemand schlagen. Miroslav Klose stellte einen neuen WM-Rekord auf, sämtliche seiner fünf Treffer wurden mit dem Kopf erzielt. Ins Rekordbuch fand aber auch der überaus kleinliche und zur Selbstdarstellung neigende spanische Schiedsrichter López Neto. In einer Partie, die keineswegs besonders hart geführt wurde, verteilte der Referé nicht weniger als zwölf gelbe und zwei gelb-rote Karten. Neben Remmöle musste später auch noch der Cameroneso vor den Platz verlassen. Vor dem ersten Auftritt des englischen Teams in der als Todesgruppe apostrophierten Gruppe f mischte sich im Fußball-Mutterland die Mphorie mit den Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum von Queen Elizabeth. Allein die Supermarktkette Sinsbury verkaufte über 100.000 der Fahnen mit dem Andreaskreuz. Die erste Begegnung gegen Schweden bezog schon allein daraus ihre Brisanz, dass mit Swingern Rxon ein Schwede die Engländer trainierte, während im Kader der Schweden acht Akteure ihr Geld bei englischen, sechs, oder schottischen, zwei, Profi-Clubs verdienten. Rxon wenig sentimental, wir müssen die Schweden kalt machen, so einfach ist das. Gegen die Skandinavier liefen die Engländer mit Beckham auf, kombinierte eine Halbzeit äußerst gefällig, offenbarten ihr nicht unbeträchtliches Potenzial und zugleich ihre alte Krankheit fehlender Konstanz. Am Ende einer schwachen zweiten Hälfte stand ein aus englischer Sicht glückliches Remi. Schwedens Serie von 34 Jahren ohne Niederlage gegen England hatte gehalten. Argentinien kam bei seinem ersten Auftritt gegen Nigeria zu einem 1-Doppelpunkt-Null-Siegpunkt das Tor des Tages fiel per Kopf nach einem von Argentiniens zahlreichen gefährlichen Eckstößen. Dem Punkt der Treffer bewies, wie akribisch das Team von Trainer Bielsa Standard-Situation einstudiert hatte. Der Schütze hieß Capri Batistuta, der damit bereits nach 1994 und 1998 zum dritten Male den ersten Treffer der Agis bei einem WM-Turnier erzielte.Bielsa hatte Batigol den Vorzug vor dem jüngeren und erfolgreicheren Herrn an Crespo gegeben. Für Nigeria war in den USA und in Frankreich das 8. Finale jeweils Endstation gewesen. Anschließend hatte Missmanagement erhebliche Turbulenzen und einen tiefen Absturz bewirkt.Nigerias Präsident Olu Seguno Basanyo hatte die Mannschaft um JJ Ococha schon vor der Abreise wissen lassen, dass er nichts akzeptiere, was schlechter als das Viertelfinale ist. Bevor der nigerienische Verband den einheimischen Adik Boye Inichbinde mit der Betreuung der Super Eagles betraute, hatte man rund um den Globus telefoniert, um einen vermeintlichen internationalen Top-Trainer zu engagieren.zu den erfolglos umworbenen gehörte u.a.trudgolid.zuletzt hatte man gar versucht, bei Bayer Lefekusen den gesamten Betreuerstab von Klaus Topmüller zu ließen. Das Aus für die Super Eagles kam bereits im zweiten Vorrundenspiel gegen Schweden. Zwei Tore von Henry Classon sorgten für einen 2-Doppelpunkt-1-Sieg der Skandinavier. Englands letzter WM-Sieg gegen Argentinien lag bereits 36 Jahre zurück. Seit dem Viertelfinal 1966 gehörte die Begegnung zu den international brisantesten Duellen. Mit dem Vogelkrieg von 1982 avancierte sie sogar zum führenden interkontinentalen Politklassiker des Weltfußballs. Nach der 2-Doppelpunkt-3-Niederlage im Achtelfinal 1998 hatte der britische Boulevard David Beckham als Hauptschuldigen ausgemacht. Ein dummer, aber letztlich harmloser Tritt gegen das Schienwein von Diego E. Simeone Simeone, Beckham trat mich, und ich habe die Situation ausgenutzt, war mit einer roten Karte quittiert worden. 5.4 Jahre später geriet eben jener Beckham zum Mann des Tages, als er einen an Michaon verschuldeten Elfmeter zum Tor des Tages ins gegnerische Netz beförderte. Dabei trennten Triumph und Reködie nur wenige Zentimeter. Beckham feuerte flach auf die Mitte des Tores, erwischte den Torwart aber auf dem falschen Fußpunkt. Unverdient war der Sieg der Engländer indes nicht. Mit dem kreativen Scholes im Zentralen Mittelfeld bot das Team von Swingern Errexon eine taktische Meisterleistung. Nach dem 5.1 Sieg gegen die Deutschen hatte der Schwede einen weiteren englischen Fußballkomplex beerdigt. Die befürchteten Ausschreitungen fielen aus. Nicht nur aufgrund des massiven Aufgebots an Sicherheitskräften, sondern wohl vor allem, weil Englands Hooligans in ihrer Mehrheit daheim geblieben waren. Nur einen Tag nach Frankreichs vorzeitigem Ausscheiden blieb auch Argentinien auf der Strecke. 1.2 gegen Schweden reichte es nur zu einem 1.1. Bis zu 88-Punkt-Minute lagen die Argentinier sogar im Rückstandpunkt. Lediglich zwei Tore brachte der Top-Favorit in seinen Gruppenspielen zustande. Eines davon war irregulär, denn gegen die Skandinavier war Crespo bei seinem Nachschuss nach einem versiebten Strafstoß zu früher in den Strafraum gelaufen. Die 37 Millionen Nation trug Trauer. Der Boom, der in den ersten Tagen der WM eingesetzt hatte, war heftig, blieb aber kurz. Die Spieler waren in der Absicht nach Fernost gereist, dem verwundeten Volk daheim Glücksgefühl zu vermitteln. Doch der damit verbundene Druck erwies sich als zu groß. Fußballer sind halt keine Politiker. Schweden wurde Gruppensäger, denn zeitgleich trennten sich England und Nigeria in einer trostlosen Begegnung torlos. Sowohl Schweden wie England verbuchten fünf Punkte auf ihrem Kontopunkt. Auch die Tordifferenz war identisch, doch hatten die Schweden mit vier gegenüber zwei Treffern in dieser torarmen Gruppe häufiger getroffen. In der Gruppe G genickte Italien beim ersten Auftritt gegen Ecuador eine gute Halbzeit zum 2-Doppelpunkt-Null-Sieg über den WM-Neuling. Beide Treffer gingen auf das Konto von Christian Vier. Mexico gewann gegen eine kroatische Mannschaft, die sich deutlich jenseits ihres Zenits zu bewegen schien, durch einen verwandelten Elfmeter mit 1-Doppelpunkt-Null-Punkt-Verteidiger Josip Simonik, wir waren müde von vielen Dingen innerhalb der Mannschaft. Trainer Miko Jacek reagierte, indem er die beiden Altstars davor Zucker und Robert Prosinecki, die sich nur noch mit Standfußball begnügten, im nächsten Spiel auf die Bank verbannte Punkt. Die Maßnahme zeitig der Erfolg. Kroatien gewann gegen Italien völlig überraschend mit 2-Doppelpunkt-1-Punkt. Die Italiener fanden ihren Sündenbock im dänischen Linienrichter Jens Larsson, der beim Spielstand von 0-Doppelpunkt-0 einem in der Tat regulären Treffer von 4 die Anerkennung verweigert hatte. Die Vorlage zu Fies Einschuss war ein Rückpass, womit kein Abseitsvorlag-Punkt-1-Tor von Enzerki wurde wegen angeblichen Foulspiels nicht gegeben. Der Kurier Delaser schrieb von einem dänischen Albtraum, während sich viel zu der Aussage hinreißen ließ, man hätte ihn erschießen sollen. Verbandspräsident Franco Carraro gab sich nüchterner, Schiedsrichter machen Fehler, aber weniger als die Spieler. Auch Trapattoni wollte die Fehlentscheidungen nicht als Ausrede gelten lassen. Von den Angriffen einiger heimischer Medien, die seine defensive Anfangsformation mit nur einer Spitze kritisierten, tief getroffen, bot der Trainer seinen Rücktritt an. Mexiko behielt auch bei seinem zweiten Auftritt die Oberhand, das erste Mal, dass den Mittelamerikanern dies bei einem WM-Turnier außerhalb des eigenen Landes gelang. Dem freuden Taumel nach dem mexikanischen 2-Doppelpunkt-1-Sieg über Ecuador mochte sich Mexikos-Starspieler Cotemoc Blanco nicht anschließen. Seine Auswechslung in der Nachspielzeit empfand der Kopf des Teams als Beleidigung. Im Tor der Mexikaner stand mit dem nur 171 cm großen Oshka Peretz, genannt El Corneo das Kaninchen, der kleinste Keeper des Turniers. Ein sicherer Rückhalt, dessen Stärken vor allem in der Spieleröffnung und auf der Linie lagen, während sich seine Arme schon mal als zu kurz erwiesen. Vor dem letzten Spieltag der Gruppe G drohte mit Italien bereits den dritten Titel am Wärter das vorzeitige Aus. Gegen den Tabellenführer Mexiko lagen die Azzurri nach 34 Minuten durch einen Kopfballtreffers von Javier Borgetti 0-1 zurück. In der 85-Punkt-Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Edelreservisten Alessandro Del Pia dann doch noch der erlösende Ausgleichpunkt sei die vor dem Anpfiffpunkt gleichen Kroaten mit einer peinlichen Vorstellung dem WM-Neuling Ecuador zu seinem ersten Sieg verhalfen, einst Doppelpunkt 0, wären die Italiener freilich selbst im Falle einer Niederlage weitergekommen. Trapatonis Mannen feierten ihren Einzug ins Achtelfinale wie einen Titelgewinn. Der erschöpfte Maestro, er das Spiel wild gestikulierend, hypernervous und mit einem Flaschen Weihwasser in der Tasche verfolgt hatte, wir sind gestolpert, aber nicht gefallen. In der Gruppe H feierte mit Japan auch der zweite Mkastgeber einen beeindruckenden Start. Zum Auftakt gab es ein 2-Doppelpunkt-2 gegen Belgien, und in der folgenden Begegnung dürfte nach Südkorea auch Japan den ersten WM-Sieg seiner Fußballgeschichte feiern. Beim 1-Doppelpunkt-Null-Sieg über die Russen, dem fünften WM-Auftritt der Japaner, hieß der Matchwinner Junichi Inamoto. Der 22-jährige Mittelfeldspieler und Reservist von Arsenal Landen bot eine Weltklasseleistung und erzielte seinen bereits zweiten Turnier-Treffer. 66.108 Zuschauer in Yokohama waren schier aus dem Häuschen und feierten die Mannen von Philippe Trossier wie Nationalhelden. Nikan Sport schrieb, der rechte Fuß von innen hat die Geschichte verändert. Die Russen hingegen haderten mit dem deutschen Schiedsrichter Merck, der ihnen einen Strafstoß verweigert hatte. Währenddessen wüteten auf Moskaus Straßen alkoholisierte Hooligans, die das Spiel auf einer Großleinwand verfolgt hatten. 8.000 Menschen beteiligten sich an den Ausschreitungen, bei denen Autos umgestürzt und niedergebrannt, die Fensterscheiben der Staatstumme eingeschlagen sowie asiatische und asiatisch aussehende Bürger verfolgt und verprügelt wurden. Dabei waren sogar zwei Todesopfer zu beklagen. Polizei und innere Truppen mussten in die Luft schießen, um die randalierende Meute aufzulösen. Im bürgischen Team brach nach einem weiteren Unentschieden, einem schwachen 1-Doppelpunkt-1 gegen Tunesien, ein Streit über die zurückhaltende Taktik von Trainer Robert Wasseriger aus Punkt Mark Wilmots, Kapitän des Teams und Fürsprecher des Trainers, schien bei seinen Mannschaftskameraden isoliert. Doch gegen die Russen raufte sich die Mannschaft zusammen und kam zu einem 3-Doppelpunkt-2-Sieg, der Platz 2 und das Achtelfinale bedeutete. Gruppennäster wurde der Gastgeberpunkt am letzten Spieltag schlug Japan am Nagai-Stadium zu Osaka Tunesien durch Tore von Morishima und Nakata mit 2-Doppelpunkt-0 und kam so mit zu zwei Siegen und einem Remi-Punkt am Fernsehen wurde das Spiel von 63 Prozent der japanischen Haushalte verfolgt. Seit Beginn der WM hatte der Sportartikelhersteller Adidas über eine Million der blauen japanischen Trikots verkauft. Anders als in Südkorea war die Begeisterung in Japan nicht primär durch Nationalstolz geprägt Punkt insbesondere Japans Jugend, die die WM zu einer Bühne des öffentlichen Widerstands gegen die autoritären Strukturen und erzkonservativen Traditionen ihres Landes nutzte, feierte ausgelassen den größten Erfolg in der japanischen Fußballgeschichte Punkt ihre Idole Hidetus Hinakata, Junichi Inamoto und Takuki Suzuki stellten allein schon mit ihrem individualistischen Outfit die kollektivistischen Grundwerte der uniformen japanischen Gesellschaft in Frage Punkt der japanische Sprachwissenschaftler und Fußballfan Mario Kumiker, Fußball ist für Nippons Jugend weit mehr als bloß Sport. Fußball liefert der Außenseitern in unserer Gruppengesellschaft schon immer eine Art Nische Punkt auch daran unterscheidet er sich vom Baseball Punkt Wenn Jungen in der Schule Baseball spielen, müssen sie ein brutal hartes Training auf sich nehmen und sich die Köpfe kahl scheren. Wer strebsam ist, fügt sich diesem Ritual. Aber wer sich für cool hält oder sich gegen Lehrer und Eltern auflehnen möchte, spielt Fußball, färbt sich die Haare blond und trägt Ohrringe. Vor dem Anpfiff des Turniers hatte die Furcht der japanischen Autoritäten den europäischen, namentlich englischen Hooligans gegolten Punkt nun sah sich das Establishment durch das Treiben der eigenen Jugend bedroht. Die Fußball-WM hat dem deprimierten Japan-Temperament und Inspiration verliehen, hieß es in einem Leitartikel der Asahi-Zeitung. In den zwei Wochen der Gruppenspiele war die globale Hierarchie des Fußballs scheinbar aus den Fugen geraten, waren die Top-Favoriten Frankreich und Argentinien ausgeschieden und die Fußballwelt weiter zusammengerückt. In den meisten Gruppen fiel die Entscheidung um Platz zwar äußerst knapp aus. Zweimal musste das Torverhältnis, Peruguay-Südafrika, Türkei-Costa-Rika, entscheiden, viermal, Irland-Kameran, England-Argentinien, Italien-Kretin, USA-Portugal, trennte den zweiten vom dritten nur ein Punkt. Europas Präsenz wurde durch die Vorrunde von 15 auf 9, minus 40%, reduziert, Südamerikas von 5 auf 2, minus 60%, Nord- und Mittelamerika von 3 auf 2, minus 33,3%, und Asiens von 4 auf 2, minus 50%, wobei Südkorea und Japan kein einziges Spiel verloren und Gruppensieger wurden. Von den ehemals fünf hoffnungsvollen afrikanischen Vertretern überlebten nur der krasse Außenseiter Senegal die Vorrunde, minus 80%. Der Fußballfan verfolgte die Entwicklung zwiespältig. Der Begeisterung über das Weiterkommen einiger Außenseiter stand die Trauer darüber gegenüber, dass einige der weltweit besten Fußballspieler bereits nach den Gruppenspielen nicht mehr zu sehen waren, Achtelfinale italienisches Trauma. Deutschland lieferte gegen die wahlweise als Deutsche oder Italiener Südamerikas etikettierten Bergweiher eine katastrophale erste Halbzeit ab. Die durch das Fehlen einiger Akteuren notwendigen Umstellungen gingen zunächst zu Lasten des deutschen Spiels. Beide Mannschaften begnügten sich damit, die Bälle in die gegnerische Hälfte zu hauen. Nach der Pause wurden die Deutschen besser, auch durch die Umstellung von der Vierer auf die Dreieckette und die Heereinnahme des Dortmunders Sebastian Kiel, der nun das Spiel von hinten öffnete. Als eine Verlängerung als unvermeidlich erschien, gelang den von Kahn nach vorne gepeitschten Deutschen durch den kleinen Leferkusener Oliver Neuwille die 1-Doppelpunkt-Null-Führung. Der Kapitän hatte erkannt, dass der Gegner mit seinen Kräften am Ende war. England schlug die in der Vorrunde so stark gestarteten denen mit 3-Doppelpunkt-Null. Wenngleich der Sieg auch nach Ansicht von Trainer Ero Exxon zu hoch ausfiel, schienen die Three Lions immer mehr in die Rolle eines Titelanwärters zu wachsen. Die Abwehr mit dem 38-jährigen David Zimmern im Tor und der Viererkette Mills, Ferdinand, Campbell und Cole hatte nach nun vier Spielen erst ein Tor kassiert. Tore von Owen und Heskey sorgten außerdem für ein Ende der Diskussion über die schwache Torausbeute der Engländer, die vor dem Achtelfinale erst ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt hatten, für das mit Campbell ein Verteidiger verantwortlich zeichnete. Auch gegen die Dänen ging der erste Treffer auf das Konto eines Abwehr-Akteurs. Trio Ferdinand, einer der herausragenden Akteure des Turniers, traf bereits nach 5 Minuten. Auf der Tribüne herrschte bei den zahlreichen englischen Fans bereits eine halbe Stunde vor dem Abpfiff in Spielstimmung. Senegal schlug die favorisierten Schweden durch ein Golden Goal von Henri Kemmara in der 104-Punkt-Minute mit zwei Doppelpunkt eins und qualifizierte sich damit als erst zweites afrikanisches Land nach Kameran 1990 für das Viertelfinale. Kemmaras Golden Goal war erst das zweite in der WM-Geschichte. Das war kein Glück, wir sehen die Geburtsstunde einer großartigen Mannschaft, sprach Trainer Bruno Metsu. Im Spiel der Spanier gegen die Iren gingen die Ibera bereits in der 8-Punkt-Minute durch Morientes in Führung. In der 63-Punkt-Minute vergab Harte leichtfertig die Chance zum Ausgleich, als er mit einem Foul-Elfmeter an Spaniens Keeper Casillas scheiterte. In der 90. Minute erhielten die Iren eine zweite Chance, als Schiedsrichter Anders Frisk erneut auf den Elfmeterpunkt zeigte. Diesmal trat Robikin an, der mit seinem dritten Turniertreffer die Verlängerung erzwang. Die Spanier spielten nun in Unterzahl. Trainer Kamako hatte das Auswechsel-Kontingent bereits in der regulären Spielzeit voll ausgeschöpft und konnte den verletzten Adelbay somit nicht ersetzen. Mit neun Mann retteten sich die Spanier ins Elfmeterschießen, das sie dank ihres Keepers Casillas, der hier zwei weitere Elfmeter parierte, mit drei Doppelpunkt zwei gewannen. Die Selektion stand zum fünften Mal nach 1934,1950,1986 und 1994 im Viertelfinale. Aber auch die Iren, die mit drei verschossenen Elfmetern in einem Spiel das Erbe der abwesenden Niederländer antraten, dürften erhobenen Hauptdiszenplatz verlassen. In Dublin bereiteten über 100.000 Menschen dem Team von Mick McCarthy einen begeisterten Empfang. Vor dem Anpfiff des amerikanischen Nachbarschaftsduells zwischen den USA und den traditionsreichsten und erfolgreichsten CONCACAF-Mitglied Mexiko erhielten die US-Boys einen aufmunternden Anruf von Präsident Bush, ich verstehe zwar nicht viel von Soccer, aber ich drücke euch die Daumen. Mexiko galt als leicht favorisiert.In den bis dahin 46 Begegnungen zwischen dem Fußballland und den Lehrlingen waren die Mexikaner 28 Mal als Sieger vom Platz gegangen. Nicht nur in Lateinamerika, sondern auch im Westen der USA, wo Mexikaner und andere Hispanos einen großen Teil der Bevölkerung stellten, drückte man dem Team von Javier Aguirre gegen die Gringos die Daumen. Doch die Mexikaner, die bis dahin guten Fußball geboten hatten, agierten überraschend harmlos und fanden kein Mittel gegen die Defensivstrategie der US-Boys. Die USA, die im gesamten Spiel nur zu drei Chancen kamen, dürften nach einer alles andere als ansehnlichen, aber kompakten Mannschaftsleistung einen historischen 2-Doppelpunkt-Null-Sieg-Feiern.In den USA war die Resonanz auf den Einzug ins Viertelfinale für dortige Soccerverhältnisse enorm.In Kolumbus-Ojo, San Jose-Californien, Caloia-Philly-Virginia, ja sogar im Arrowhead-Stadion zu Kansas City, Heimstätte des American Football-Teams zu Chiefs, kamen tausende Menschen mitten in der Nacht zusammen, um die US-Boys auf Großleinwänden zu verfolgen.Der Soziologe und Fußball-Fan an 3.Markowitz Plötzlich höre ich zum ersten Mal in meinem Leben Diskussionen über Fußball in den allmächtigen Sports Talk-Radiosendungen, die die Sportkultur der USA bestimmen und auch widerspiegeln. Soccer als Thema von Männergesprächsrunden? Als ewiger Optimist hegte ich derartige Hoffnungen für 2006 oder realistischer 2010, aber keineswegs jetzt. Verbandspräsident Bob Contiglia verkündete, sie haben uns einen schlafenden Riesen genannt, nun ist der schlafende Riese erwacht. Brasilien war in Japan bei den Einheimischen der populärste Gast, folglich das blau-gelbe Trikot der Seeläckern viel verkaufter Merchandising-Artikel.Bandspiel der Brasilianer gegen Belgien standen über 90 Prozent der 42.000 Zuschauer im Stadion von Kobe wie eine gelbe Wand hinter den Südamerikanern. Die Seeläcker kam zu einem glücklichen 2-Doppelpunkt-Null-Sieg über die von der brasilienischen Presse als Fußballbürokraten verspotteten Belgier, die sich als überraschend stark erwiesen und das Spiel über weite Strecken dominierten. Die Sieger profitierten von einer Fehlentscheidung des aus Jamaika stammenden Schiedsrichters Peter Prendergast, der einem Kopfballtreffer von Marc Wilmutz wegen angeblichen Foulspiels die Anerkennung verweigerte. Schwachstelle im Team der Brasilianer war erneut die brüchige Abwehr, zumal Roberto Carlos, offiziell Linksverteidiger, sich zumeist im offensiven Mittelfeld herumtrieb. In der Heimat denunzierte Sokrates Brasiliens Defensivreie als eine Ladung Müll. Vor der Begegnung Italien gegen Südkorea erinnerte man sich in Italien des schwärzesten Tags seiner Fußballgeschichte Am 19. Juli 1966 war die Squadra Azzurra beim WM-Turnier in England nach einer 0.1 Niederlage gegen Nordkorea vorzeitig ausgeschieden. Am 17. Juni 2002, 36 Jahre nach der Schmach von Mittelspero, wurde Korea endgültig zum Trauma des italienischen Fußballs. Angefeuert von 40.000 rot gekleideten Menschen besiegte Südkorea Italien durch ein Golden Goldes für den italienischen Aschligisten Perugier kickenden Ahn Junghwan in der 117. Minute mit 2.1 und durfte nach Nordkorea als zweites asiatisches Land den Einzug ins Viertelfinale feiern. Tor zur Hölle und Grab der Azzurri hatten die südkoreanischen Fans auf Plakaten die WM-Arena in der Ajon getauft. Mit Sitzüberzügen bildeten sie den Schriftzug noch einmal 1966. In der vierten Minute war Ahn noch mit einem Strafstoß an Keeper Gianlui Chebufon gescheitert. In der 18. Minute hatte 4 mit seinem bereits vierten Treffer die Italiener in Führung gebracht. Die leidenschaftlich kämpfenden Koreaner mussten bis zur 88. Minute warten, bevor sie mit dem Ausgleich durch Silke Hian belohnt wurden. Über drei Millionen Koreaner hatten das Spiel vor 226 im ganzen Land aufgestellten Großleinwänden oder vor den unzähligen am Straßenrand und in Schaufenstern aufgestellten Fernsehgeräten verfolgt. Für FIFA-Mediendirektor Keith Cooper übertraf der Enthusiasmus in Asien sogar noch die WM in Mexiko 1970.Italien haderte einmal mehr mit dem Schiedsrichter. In der 103. Minute hatte Bayron Moreno aus Ecuador Francisco Totti wegen einer angeblichen Schwalbe mit Geldrot bestraft. Delegat Ionsleiter Raffele Ranucci, Italien ist Opfer eines internationalen Komplotts geworden. Für eine WM in der globalisierten Fußballwelt sorgte der Präsident des AC Perugia, Arbeitgeber des Golden Goalschützen. Aus patriotischen Gründen sah sich der Boss des AC Perugia nicht in der Lage, den Vertrag mit anzuverlängern. Der Südkoreaner habe den italienischen Fußball ruiniert. Südkoreas Trainer Gus Hiddink geißelte die Maßnahme als kindisch und lächerlich. Soll ich ihm sagen, du spielst jetzt zwar, darfst aber kein Tor schießen? Der asiatische Verband forderte einen Boykott des AC Perugia. Für den zweiten Gastgeber war das Achtelfinale in des Endstation. Japan unterlag der Türkei durch ein Tor des für den AC Mailand stürmenden Imit Davala mit 0.1. Nach den mäßigen Gruppenspielen hatte die türkische Presse die eigene Mannschaft noch verspottet. Gegen Japan zeigte sich das Team von Trainer Senol Günes stark verbessert. Die Japaner erspülten sich zwar deutliche Feldvorteile, aber gegen die starke türkische Abwehr mangelte es ihnen an Durchschlagskraft. Nach dem Abpfiff versankte Hexenkessel-Maggie-Stadium in Grabe Stille. Das blaue Wunder war ausgeblieben. Mit Italien war nach Argentinien, Frankreich und Portugal bereits das vierte hochgehandelte Team gescheitert. Südamerika war nur noch durch Brasilien vertreten, Europa immerhin noch durch Spanien, Türkei, Deutschland und England. Allerdings befand sich unter den europäischen Viertelfinalisten keiner der emeritierte Halbfinalisten von 2000, Frankreich, Italien, Portugal und Niederlande. Mit den USA, Senegal und Südkorea hatten drei Außenseiter den Sprung ins Viertelfinale geschafft. 3 Länder, Südkorea, Senegal und die Türkei, hatten zum ersten Mal dieses Stadium des Weltcups erreicht. Die USA waren beim Auftakt 1930 sogar bis ins Halbfinale vorgedrungen, allerdings waren damals nur 13 Länder für das Turnier gemeldet. Erstmals waren sowohl ein asiatisches wie ein afrikanisches Land im Viertelfinale vertreten. Viertelfinale koreanischer Jubel Als Top-Begegnung galt das Spiel England gegen Brasilien, bei dem sich nach Auffassung von Pele das beste Team mit den besten Spielern maß. Dieses Spiel ist das Sprungbrett ins Finale.Brasilien als erfolgreichste Nation der Fußballgeschichte gegen das Mutterland.Das ist eines Endspiels würdig. Für Rivaldo war es ein Duell bester Abwehr gegen besten Sturm. Das erste Tor erzielte die beste Abwehr, in der 23. Minute nutzte Michael Ohn einen Lapses von Lucio zur 1-Doppelpunkt-Null-Führung für die 3-Lions. Kurz vor dem Pausen der gelang Rivaldo der Ausgleich, nach einem tollen Solo Ronaldinho's. Der feingliedrige 22-jährige Jungstar von Paris St. Germain war es auch, der die Seeläcker in der 50-Punkt-Minute auf die Siegerstraße brachte, und der mit Hilfe von Englands David Simon. Ronaldinho überraschte den weit vor seinem Tor postierten 38-jährigen Torwart-Veteran mit einem frechen Freistoß. Nur 7 Minuten nach seinem Geniestreich stand Ronaldinho erneut im Mittelpunkt. Ein gestreckter Fuß gegen den Knöchel des Englanders Danny Mills kostete den kleinen Ronaldo die Halbfinal-Teilnahme. Denn England wusste seine numerische Überlegenheit nicht zu nutzen. Brasilien zeigte erstmals auch im defensiven Bereich Stabilität. Der in der Heimat von den Medien weiterhin heftig kritisierte Scholari, Ich respektiere alle brasilienischen Spieler der Geschichte, aber ich habe noch nie eine solche Gruppe von charakterstarken und von Teamgeist beseelten Spielern gesehen. Sein Team bewege sich erst bei 70 Prozent seines Leistungsvermögens, mehr war bisher nicht nötig. In den USA war vor der Begegnung mit den Deutschen die Meinung zu hören, die Elf des Gegners sei nicht global genug. Das multikulturelle Team des klassischen Einwanderungslandes USA müsse dem Unikulturellen der Deutschen überlegen sein, zumal der Verzicht auf starre stilistische Identität im modernen Fußball ein Mittel zum Erfolg sei. Doch in der Realität siegte Fußball aus dem Aktenschrank, wie die Frankfurter Rundschau ihren Bericht über die erneut dürftige, aber von Erfolg gekrönte Vorstellung der Deutschen überschrieb.Guten Fußball spielte das DFB-Team lediglich in den 15 Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Den Rest des Spiels bestimmten die engagierten und lauffreudigen US-Boys, die jedoch wiederholt am überragenden Oliver Kahn scheiterten, der in seinem 50-Punkt-Länderspiel seine beste Leistung beim WM-Turnier bot. Das Tor des Tages erzielte Ballackbergkopf nach einer Standardsituation. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wäre auch Kahn geschlagen gewesen, doch der Ball sprang dem auf der Torlinie postierten Frings an die Hand. Der schottische Schiedsrichter Hugh Delis ließ weiterspielen.Die Deutschen wirkten nur bei Eck- und bei Freistößen gefährlich.Frans Beckenbauer zürnte anschließend, auf die Dauer können wir uns nicht nur auf Oliver Kahn verlassen.Im WM-Halbfinale müssen wir uns deutlich steigern. Die angesehene Washington Post, in der vor dem Turnier ein Kommentator nach Fußball als Osame Bin Ladens Spiel denunziert hatte, feierte die Verlierer mit den Worten, gestoppt, aber weiter auf dem Vormarsch. Punkt, die Amerikaner können jetzt zum ersten Mal behaupten, dass sie auf ein und dasselbe Feld mit der Weltelite des Fußballs gehören. 52 Jahre war es bereits her, dass Spanien letztmalig ein WM-Halbfinale erreichte. Die Spanier mussten weiter warten, denn Südkorea konnte auch gegen das zweite Team von der iberischen Halbinsel seinen Vormarsch fortsetzen. Wenngleich die wenigen spielerischen Akzente von den Spaniern gesetzt wurden, die allerdings den letzten Willen zum Sieg vermissen ließen. Kamako musste verletzungsbedingt auf Stürmer Steyraul verzichten.Das weiterkommendes Gastgeberlandes wurde erneut durch schiedsrichterliche Fehlentscheidungen begünstigt.Kurz vor der Pause fand ein Eigentor von Kim Tae-Yang keine Anerkennung, weil Schiedsrichter Al-Gandu aus Ägypten ein Foul von Ivan Helge erkannt haben wollte. Nach torlosen 90 Minuten musste die Partie in die Verlängerung.Als diese gerade zwei Minuten alt war, köpfte Fernando Morientes eine Flanke von Joaquin Sankitz ein. Doch anstatt auf Golden Goal zu entscheiden, zeigte Al-Gandu auf Abstoß, der sein Assistent Michael Ragonard aus Trinidad den Ball vor der Heerangabe im Tor ausgesehen haben wollte.Eine krasse Fehlentscheidung, wie die Fernsehbilder enthüllten. Wenig später scheiterte Morientes am Pfosten.Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen, als Südkorea-Skipper einen schwachen Schuss des jungen Joaquin abwehren konnte.Erfahrene Hasen wie Nadal und Luis Enrique hatten gekniffen.Wie vor ihnen bereits ihre italienischen Kollegen sprachen nun auch die Spanier von einem Komplott. Diese WM ist widerlich, schrieb tags darauf Marker.42.114 Zuschauer wohnten der Partie in Bang Yubai, weitere 400.000 Fans waren in Vorahnung auf den historischen Sieg zum Spielort gepilgert. Begeisterung herrschte auch in der Türkei, wo nach dem 1.0 Sieg von Bastürk und Co. gegen Senegal das öffentliche Leben zusammenbrach. Lauf, Senegal, Lauf in die Geschichte, hat noch am Spieltag die Delineation, größte Tageszeitung des afrikanischen Landes, getitelt. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde es den Senegalesen des Laufens zu viel, wodurch die Türken Spielraum bekamen . Auch wirkten die Afrikaner häufig zu umständlich, zumal vor dem gegnerischen Tor. Die Türken setzten ihre Raffinesse zielgerichtete ein. Das Duell zweier technisch starker Mannschaften, die beide zahlreiche Chancen ausließen, gewannen die Türken durch ein Golden Goal ihres im deutschen Kempten geborenen Yogas Ilhan Mansiz. Der Torschütze war einer von vier Spielern seines Teams, die in Deutschland geboren und aufgewachsen waren. Auch Darweiler, Bastürk und Havutkö waren Deutschtürken. Der türkische Verband unterhielt in Dortmund ein Europabüro, von dem aus fünf hauptamtliche Talentsucher und 15 nebenberufliche Scouts, die Jugendteams in Deutschland, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern nach Emigrantenkindern abgerasten, die für die türkischen Auswahlteams interessant sein könnten . Der türkische Verband betrachtete die fußballerische Sozialisation fern der Heimat als großen Vorteil, da, so Europabüroleiter Heikan Ezeroglu, die deutsch-türkischen Akteure disziplinierter und pflichtbewusster seien. Sie machen das, was der Trainer ihnen sagt. Halbfinale eine WM-Verschwörung Italien oder Spanien werden den Deutschen ihre Grenzen aufzeigen, lautete eine gängige Einschätzung nach dem Gruppensieg der DFB-11. Spätestens das Halbfinale sei Endstation für die Deutschen. Doch mit einem unglaublichen Kraftaufwand hatten die Koreaner diese beiden höher als die Deutschen eingeschätzten Gegner aus dem Weg geräumt und damit gewissermaßen den Weg für das DFB-Team bereitet. Den Preis hierfür zahlten sie nun im Halbfinale. Ihre bisher eindrucksvollen Stärken Tempo und Aggressivität demonstrierten die müde wirkenden Asiaten nur phasenweise. Die Deutschen stellten geschickt die Räume zu, agierten ruhig und souverän und gewannen erneut durch ein Tor von Michael Ballack in der 75. Minute verdient mit 1.0, ihr dritte 1.0 Sieg in Folge. Das Tor war eine Kombination des Leverkusener Trios Schneider, Neuwille, Ballack.Schneider hatte nach einem Fehlpass von Kim Tae-jang den Ballblitz schnell zu Neuwille weitergeleitet.Dessen Pass in die Mitte wurde vom aus dem Rückraum anrauschenden Ballack aufs koreanische Tor gedroschen. Den ersten Versuch konnte Keeper Lee noch abwehren, doch im Nachsetzen ließ Ballack dem Koreaner keine Chance. Der Held des Tages fand sich nach dem Schluss in der Rolle des tragischen Helden wieder, denn die zweite gelbe Karte für Ballack bedeutete seinen Ausschluss vom Finale. Großes Lob kassierte der souveräne schweizerische Schiedsrichter Urs Mayer. Eine saubere Schiedsrichter-Leistung, und schon scheidet Südkorea aus.Das südkoreanische Lügengebäude bricht mit der tadellosen Partie von Mayer zusammen, kommentierte die spanische Sportzeitung S. und in Italien konstatierte der Courier de la Sera, mit einem Schiedsrichter wie Mayer wären vermutlich Portugal, Italien und Spanien nicht von Korea eliminiert worden. In Frankreich schrieb Leke Wiepe, Deutschland ist zurück. Der dreifache Weltmeister hat seine Werte im richtigen Moment wiedergefunden. Wie gewohnt. Lagerzertelo Sport sah im ersten Endspielteilnehmer eine anonyme und langweilige Mannschaft. In England behauptete der Delhi-Star, die Deutschen hätten sich ins Finale gekratzt und stellte die Frage, muss man sie nicht hassen? Das Boulevard Blatt des Hanf verzweifelte förmlich, von hier, München, zu hier, Yokohama, in zehn Monaten, es muss wirklich eine WM-Verschwörung geben.Das ist doch zum Heulen. Das Qualitätsblatt The Guardian zog die nüchterne Analyse vor, ein Anschein der Normalität kehrte in ein wildes und exzentrisches Turnier zurück. Zweifelsohne begleitete die Deutschen viel Glück auf dem Weg ins Finale.Um nach Yokohama zu gelangen, mussten sie sich mit keiner der anwesenden Top-Adressen messen, nicht mit Frankreich, Argentinien, Spanien, Italien, Portugal, England oder Brasilien. Gemäß der FIFA-Rangliste war Deutschlands stärkste Gegner die USA, die dort als NR.13 geführt wurden.Trotzdem war der Final-Anzug alles andere als ein Zufall. Von der internationalen Öffentlichkeit lange Zeit nicht ernst genommen, hatten Völler und seine Mannschaft stets an ihre Chance geglaubt. Stefan Hermanns im Tagesspiegel, keine Mannschaft ist seit Argentinien bei der WM 1990 mit einer größeren Unverfrorenheit und Berechnung in ein WM-Finale eingezogen als diese Deutschen. In Japan hatte man mit den Deutschen gefiebert und gab sich erleichtert über das koreanische Ausscheiden die befürchtete rote Invasion des Endspielorts Yokohama blieb aus. Wohl noch nie im Verlauf der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen war Nippon den alten deutschen Freunden so dankbar, wie in jener Nacht, da Khan und Balak ihre Reisen nach Yokohama sicherstellten, schrieb Martin Hegel im Tagesspiegel.Ein Finale in Yokohama mit koreanischer Beteiligung wäre vielen Japanern als Demütigung erschienen, zumal Fußball für viele Koreaner ein Symbol des Widerstands gegen die frühere Besatzungsmacht Japan war. Die japanische Abneigung machte sich insbesondere am koreanischen Fußballboss dr.mongongong fest. Der Juniorchef des Hyundai-Konzerns, der Ambitionen auf die Präsidentschaft in einem vereinigten Korea hegte, hatte im Vorfeld des Turniers wiederholt die kolonialistische Schuld Japans und die Weigerung des Nachbarn, seine Verbrechen aufzuarbeiten, thematisiert. Im zweiten Halbfinale lieferten die Türken den Brasilianern zwar einen tapferen Kampf, doch auch beim zweiten Aufeinandertreffen behielt Diesel Ekao die Oberhand. Diesmal bedürften die Brasilianer nicht der Hilfe des Schiedsrichters. Machuena war der wiedererstarkte Ronaldo, der mit seinem Tor zum 1-Doppelpunkt-Null-Sieg allen türkischen Titelträumen ein Ende bereitete. In der 49-Punkt-Minuten nahm das Phänomen ein Zuspiel von Roque Junior auf, umkurvete drei türkische Abwehrspieler und spitzelte den Ball mit der rechten Fußspitze ins lange Eck des türkischen Tores. Der Kopf des lange gehemmten Langzeitverletzten schien wieder frei zu sein. Der Albtraum ist vorbei. Jedes Tor ist ein Geschenk, bei dem ich große Glücksgefühle habe. Beim Spiel um den dritten Platz zwischen Südkorea und der Türkei wurden 63.500 Zuschauer in Dagu Zeugen eines Fußballfestes. Senol Günes ließ erstmals Hakan Sökür und Ilhan Mansitz als Sturmduo auflaufen. Nicht nur in der Türkei fragten sich viele, warum der Trainer die beiden gefährlichsten Stürmer erst gemeinsam spielen ließ, als bereits alles entschieden war. Dem brillanten Sökür, der allerdings bis zum kleinen Finale zu den großen Enttäuschungen des Turniers gezählt hatte, gelang nach handgestoppten 10,6 Sekunden das schnellste Tor der WM-Geschichte. Südkorea konnte zwar bereits in der 9. Minute durch Leo Liang ausgleichen, aber zwei Treffer von Mansitz bedeuteten eine komfortable 3-Doppelpunkt-1-Halbzeit-Führung für die Türkei. In der 90-Punkt-Minute gelang Song Konguk der Anschlusstreffer zum 2-Doppelpunkt-3, was zugleich der Einstand war. Nach dem Schlusspfiff gingen die beiden Teams gemeinsam in die Kurven, wobei die Türken die koreanische Fahne zeigten und sich für die Fairness des Publikums bedankten. Finale kam als tragischer Held Vor dem großen Finale erinnerte sich Luis Felipe Scolari, im vergangenen Winter bei der Auslosung der WM stand ich mit dem deutschen Trainer zusammen und wir umarmten uns. Wir beide trugen damals doch die ganze Welt auf dem Rücken, wir beide hatten uns erst in letzter Minute und mit gehörigen Schrecken für die WM qualifiziert. Und wir scherzten Doppelpunkt, naja, vielleicht treffen wir uns im Finale wieder. Die Entspielbarung Brasilien gegen Deutschland galt vielen Journalisten nun als Traumfinale und Jahrhundertspiel. Für diese Superlative sprach zumindest die Statistik. In Yokohama standen sich die beiden traditionsreichsten WM-Länder gegenüber. Für Brasilien war es das sechste WM-Finale. Für Deutschland sogar bereits das siebte Punkt ist auf eine Ausnahme. 1978 hatte seit dem zweiten Weltkrieg immer entweder eine brasilienische oder eine deutsche Elf im Turnierfinale gestanden. Als einziges Land der Erde war Brasilien bei allen 17 Endrunden seit 1930 dabei. Die Deutschen hatten nur zwei Mal, 1930 und 1950, gefehlt. Trotzdem war das Finale 2002 die erste WM-Begegnung zwischen den beiden Erfolgsteams in der 72-jährigen WM-Geschichte. Ihren Reiz bezog die Begegnung aber auch daraus, dass sicher der beste Sturm des Turniers mit der besten Abwehrmaßpunkt 16 Tore hatten die Brasilianer bis zum Finale geschossen. Dank des Kantersicks gegen Saudi-Arabien standen auf dem deutschen Konto allerdings auch nur zwei Treffer weniger. Die deutsche Abwehr, vor dem Abflug nach Fernost noch als sorgenkend identifiziert, hatte lediglich ein Gegenteuer kassiert, und dies auch erst in der Nachspielzeit. Von den Medien wurde das Duell auf die Personen Ronaldo und Kahn reduziert. Historisch betrachtet war es sicherlich korrekt, das Duell Brasilien gegen Deutschland als Wettstreit zwischen Spielkultur und Pragmatismus zu charakterisieren. Im Finale von Yokohama wurde dies allerdings kaum sichtbar. Brasiliens Stärke bestand vornehmlich darin, dass es über einige überragende Individualisten verfügte, die mit urplötzlichen Einzelleistungen ein Spiel entscheiden konnten. Die Deutschen lieferten ihr bestes Spiel bei diesem Turnier ab und trugen erheblich dazu bei, dass die 72.370 Zuschauer im Yokohama International Stadium und etwa weltweit 1,5 Milliarden Menschen vor den Fernsehern ein ansehnliches und unterhaltsames Finale sahen, das von seinem Niveau sämtliche bis dahin ausgetragenen 63 Spiele des Turniers übertraf. Einige Male zauberten Schneider, Neuwille und Co. geradezu brasilianisch, und die erste Chance gehörte dann auch den Deutschen, Schneider schlug den Ball in die Mitte, doch Edmilson rettete im letzten Moment vorklose. In der 19. Minute tauchte Ronaldo erstmals frei vor Kahn auf, schob den Ball jedoch am langen Pfosten vorbei. Elf Minuten später ergab sich die nächste Chance für den Torjäger, doch der Brasilianer traf den Ball nicht richtig, sodass Kahn retten konnte. Die Deutschen gerieten nun immer mehr unter Druck. In der 45. Minute hämmerte Kleberson den Ball an die Latte des deutschen Tores. In der Nachspielzeit konnte Kahn mit einer Fußabwehr einen Schuss von Ronaldo klären. Dank des deutschen Keepers ging es torlos in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff hatten die Deutschen zunächst ihre stärkste Phase. Neuwilles fulminanten Freistoß aus 30 Metern Entfernung konnte Markus gerade noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenken. Hermann zielte aus 23 Metern übers Tor, Neuwille trat an einem wunderschönen Pass von Schneider vorbei. In der 67-Punkt-Minute ereilte das DFB-Team dann die kalte Dusche. Der ansonsten zuverlässige Hermann verlor den Ball, den folgenden Schuss von Rivaldo konnte Kahn nicht festhalten. Ronaldo ward zur Stelle und brachte die Seelecker mit 1.0 in Führung. Ausgerechnet Oliver Kahn, der Mann, dem die Deutschen zum großen Teil ihre Final-Teilnahme zu verdanken hatten, geriet zum tragischen Helden. In der 79. Minute dann die Vorentscheidung, Rivaldo ließ einen Querpass von Cleberson geschickt durch die Beine laufen. Der Ball kam zu Ronaldo, der platziert zum 2.0 einschoss. Dieses Mal war Kahn machtlos. Zwischenzeitlich hatten die Deutschen mit Asamoah einen weiteren Stürmer und Bierhoff führtloser gebracht. In seinem letzten Spiel im Nationaltrikot erhielt Bierhoff, Schütze des Golden Goals im Emeritiert-Finale von 1996, noch einmal eine Riesenchance, doch sein Schuss aus 8 Metern Entfernung wurde von Marcos, der sich bei diesem Turnier als ein für brasilienische Verhältnisse ungewöhnlich guter Torwart präsentierte, Pariertpunkt in der 85. Minute verpasste der mittlerweile ebenfalls stürmende Metzl der, die Entdeckung der WM im deutschen Team, den Ball nur um Zentimeterpunkt. Brasilien gewann letztlich verdient mit 2.0 und war zum fünften Male Weltmeister. Mit einer Bilanz von sieben Siegen in sieben Spielen. Der letzte Weltmeister, der sämtliche Endrundenspiele gewann, war 1970 ebenfalls Brasilien gewesen. Mit Brasilien gewann zwar die Mannschaft, die die meisten Tore, 18, bei diesem Turnier erzielte, von denen 15 auf die 3 RS entfielen Ronaldo, 8, Rivaldo, 5, und Ronaldinho, 2. Doch wurde der Sieg über Deutschland keineswegs mit grandiosen Dribblings und verwirrendem Kombinationsfußballerrungen. Die Seleca profitierte von individuellen Fehlern des Gegners. Ab dem Halbfinale kannte das Turnier nur noch Siegerpunkt nicht nur Brasiliens Seleca, sondern auch den Teams Deutschlands, der Türkei und Südkoreas bereitete das heimische Publikum einen weltmeisterlichen Empfang. In Brasilien hatten sich am Finaltag an der Copacabana bereits um 4 Uhr morgens, 4 Stunden vor dem Anpfiff, Zehntausende bei 15 Grad Kälte versammelt, um das Spiel auf Großleinwänden zu verfolgen. Nach dem Schlusspfiff kannten Jubel und Optimismus keine Grenzen. Carlo Alto Pereira, Weltmeistercoach von 1994, mit etwas mehr Organisation werden wir zur NBA des Fußballs, wir werden unschlagbar. Pele verband seine Zukunftsprognose mit Kritik am brasilienischen Fußballverband, mit einigen Reformen und weniger Chaos können wir künftig alle WM-Endspieler erreichen und die meisten gewinnen. Auf dem Rückflug wurde die Maschine der Selecau von Flugzeugen der Luftwaffe eskortiert, die in den blauen Himmel den Willkommensgruß e Pinta es ist die fünfte, schrieben.In Brasilien wurde das Team von der laut Polizeiangaben größten Menschenansammlung in der Geschichte der Hauptstadt gefeiert.In Rio empfingen etwa eine Million begeisterte den neuen Weltmeister. Im Rio Slum Vinteri Pairo, Geburtsort Ronaldos, berichteten die Einwohner eine Statue für ihren berühmten Sohn als die müden Stars, die auch noch eine Tour nach Sao Paulo vor sich hatten, ihre Siegesfahrt nach knapp 20-stündigen Feiern kurz vor der Copacabana vorzeitig abbrachen, wurde ihr Buß von Hunderten von Fans mit Steinen beworfen.In einigen Stadtvierteln kam es zu Unruhen. Bei den Fans des Swiss-Weltmeisters ließ das Abschneiden in Japan-Korea den für 2006 prognostizierten großen Sprung nach vorne als realistischer Erscheinen und schürte die Vorfreude auf die WM im eigenen Land. Oliver Kahn brachte es auf den Punkt, als er der begeisterten Menge auf dem Frankfurter Römer zurief, der deutsche Fußball ist wieder dort, wo er hingehört, in die Weltspitze. Vielleicht sehen wir uns hier in 2006 wieder, als Weltmeister. Die Zeit machte eine gewandelte Stimmung im Land aus, die meist jugendlichen Fahnenschwenke, unter ihnen viele junge Frauen, wirkten nicht bedrohlich oder gar aggressiv, sondern fröhlich und entspannt. Selbst die journalistischen Kritiker, die dürftige Leistungen des deutschen Teams bis ins Halbfinale moniert hatten, feiern mit. Keine Spur von Verkniffenheit, kein Anflug von Selbstkasteiung, kein ritueller Verweis auf die gebräuchlichen deutschen Tugenden Kampf und Disziplin. Ein Land, soeben noch in melancholischer Grundstimmung, verströmt Gelassenheit und feiert seine geschlagenen Helden, und besiegt nebenbei die gängigen Klischees über sich selbst. Auf dem Istanbuler Taksimplatz bereiteten 150.000 Fans dem türkischen Team einen begeisternden Empfang. Istanbul hat nie zuvor so viel Enthusiasmus erlebt, berichtete die Zeitung Hürriyet. Auch in der Türkei hielt es die Regierung für angebracht, das Flugzeug mit den neuen Nationalhelden militärisch zu eskortieren. Auch in Seoul säumten eine Million Menschen die Straßen, als der Autokon war mit dem Volkshelden Gus Hiddink und seinen Spielern vorbeizog. Staatspräsident Kim Dae-jung verlieh den Spielern mit der Brave Medal eine der höchsten Auszeichnungen des Landes.Hiddink, der nach seinem knapp zweijährigen Engagement in Asien in die niederländische Heimat zurückkehrte, erhielt zudem die koreanische Ehrenstaatsbürgerschaft. Auch wenn die WM-Begeisterung in Südkorea von starke Nationalstolz getragen war die WM und ihre gemeinsame Ausrichtung brachte Südkorea und Japan bei aller Rivalität einander näher.Südkoreas gutes Abschneiden trug dazu bei, dass das Land seinen nationalen Minderwertigkeitskomplex ablegte.Beim Finale saßen der japanische Kaiser und Südkoreas Präsident einträchtig nebeneinander. Ein Bild, das noch ein Jahr vor dem Turnier als undenkbar galt.Der Begriff der Fußballdiplomatie machte die Runde, in Anlehnung an die legendäre Pingpong-Diplomatie zwischen Peking und Washington, als Tischtennisbegegnungen zwischen den bis dato verfeindeten Ländern zum Auftakt einer politischen und wirtschaftlichen Annäherung wurden. Ein Problem dürften sie gemeinsam haben, in Südkorea wie in Japan waren für das Turnier mit immensem Aufwand zahlreiche neue Stadien aus dem Boden gestampft worden.Keines der Länder wollte schlechter dastehen als der Nachbar.Die Koreaner gaben zwei Milliarden Euro für zehn neue Arenen aus, die Japaner noch eine Milliarde mehr für sieben Neubauten und drei Renovierungen. Nach dem Turnier drohten diese Stadien zu weißen Elefanten zu verkommen, die nicht mehr angemessen genutzt werden. Denn der Zuschauerschnitt der J-League betrug 2001 0 2 grade mal 15.000, der Schnitt der K-League sogar nur 5000 Besucher pro Spielpunkt.Es blieb die Hoffnung, dass die Euphorie des Turniers, eventuell auch die Bildung einer gemeinsamen Profiliga, neue Zuschauerschichten in die Stadien locken würde. 11 11 11 12 11